Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir sind der Tele-Stammtisch und wir besprechen Filme. In der heutigen Ausgabe Unseres Kurzmangelziehens Schutz Besprechen wir ca. 20 Filme Diese laufen im Kino Oder im Internet Für weitere Informationen Bitte ich Sie Jetzt dran zu bleiben Und den Stimmen Die Operación Portugal Meiner Kollegen und Kolleginnen Zu folgen Wir Der Tele-Stammtisch Übernehmen keine Verantwortung Für etwaige Schäden Für etwaige Schäden Die Sie durch den Konsum Empfehlungen unsererseits Erleiten müssen Nun, viel Spaß Entspannen Sie sich Und genießen Sie Und genießen Sie Dogs Don't Wear Pants So heißt ein neuer finnischer Film Eine SM-Romanze Die schon teilweise sehr extreme Bilder zeigt Ich habe sie gesehen Niko hat sie auch gesehen Hallo Niko Hi Du erzählst uns jetzt mal Worum es geht Genau Der Film fängt damit an Also mit einem Schicksalsschlag an Von Juha Juha ist ein Arzt Und er ist mit seiner Familie In einem See Seine Familie Macht da Urlaub Er fängt Fische Und dann geht seine Frau baden Er ruht sich aus im Haus Nachdem er angeln gewesen war Und wacht auf Seine Tochter Weinend vor ihm Und so nimmt diese ganze Geschichte Seinen Lauf Ein Schicksalsschlag Treibt ihn nämlich In die SM-Richtung Um Nicht Unbedingt Anfänglich Mit Sicherheit Nicht seine sexuellen Triebe Zu befriedigen Sondern um Seiner Familie wieder näher zu sein Das ist Der Plot des Films Man muss sagen Nach diesem Schicksalsschlag Und dann der eigentliche Story Da liegen ungefähr 10 Jahre dazwischen Das heißt es gibt schon Größeren Zeitsprung Gut Warum ist das jetzt kein normales Drama Keine normale Romanze Naja die Romanze wird halt In einer Nische Ausgelebt Und Ist jetzt auch keine Romanze die man sofort Sieht Das was ich Bei diesem Film Ja so super fand Wie das Zählt wurde Also dieser Bogen Der sich so langsam Oder der Kreis würde ich mal eher meinen Dieser Kreis der sich so langsam schließt Wo man schon am Anfang dachte so Hm da könnte ja mal was draus werden Und das ist bestimmt nicht nur Sinn und Oder der Zweck den er da irgendwie verfolgt Das fand ich ganz nett und auch Wie das dargestellt wurde Fand ich ziemlich eindrücklich Genau es war jetzt keine plumpe Harte Erotik Sondern es hatte schon so ein bisschen Hintergrund Und man hat die ganze Zeit erwartet Ja das da gehört auf jeden Fall mehr Steckt mehr dahinter Und am Ende war es auch so Das heißt er hat schon Einen gewissen emotionalen Tiefgang Der durch diese Erotik Szenen Einfach noch verstärkt wurde Es war schon extrem Ja das stimmt Aber also man sollte wissen Mit wem man sich den Film anschaut Mit den Eltern kann das vielleicht Ein bisschen unangenehm werden Aber wenn man sich den Trailer anschaut Da sieht man so ein bisschen was schon Aber es zeigt doch lange nicht Also du hast ja schon den Tiefgang angesprochen Und eine plumpe Erotik Romanze ist das auf jeden Fall nicht Das hat schon was Tiefgründiges Also diese Idee Die da auch hinter steckt Finde ich eigentlich ziemlich gut Also dieses SM dazu zu benutzen Um nochmal Kontakt herzustellen Die Leute die es sich dann angucken Werden auch wissen was man dann Was wir damit meinen Also das ist schon ein interessanter Film Würde ich sagen Der hat übrigens auch nichts mit Hunden zu tun Der heißt nur Dogs don't wear pants Weil der Protagonist es häufiger Mal als Hund im sexuellen Sinne angesprochen wird Muss man mal gesagt haben glaube ich Ja Hunde nicht im allgemeinen Sinne Sondern eher als ja den Menschen als Hund dargestellt Abgesehen von dieser Geschichte Das alles was drumrum war Wie fandst du das Hat dir das gefallen Ja fand generell Die Darstellung von auch dieser Also ich kenne mich da jetzt nicht aus in der Szene Aber ich fand es durchaus passend Und auch also es kam mir sehr echt vor Und ich kann mir vorstellen dass das auch so ist Mit den Kunden Und dass ja die Leute auch ein ganz normales Anderes Leben haben Worin dann auch Oder wo sie dann auch gezeigt wurde Ich habe mich jetzt auch wirklich Überhaupt nicht einmal richtig gelangweilt Bei dem Film Das hat mich sehr gut unterhalten Und es kam immer was Wo man dachte so Wow okay das hätte ich jetzt nicht gedacht Also auch diesen Abstieg In seinem alltäglichen Leben Was man wahrscheinlich von Anfang an Auch schon hat kommen sehen Das hat mich Hat mich sehr 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 gut unterhalten Und ich weiß nicht wie es bei dir war Hattest du da Zeiten Wo man sich dann dachte Ja jetzt kann ja eigentlich Mal wieder was passieren Aber das war Also für mich War das sehr bündig Also da waren keine Spots Wo man hat lange warten müssen Genau also ich fand auch Der ist wirklich sehr gut durchgelaufen Man hat so gemerkt wie sich das Von Mal zu Mal So ein bisschen ins Extremere entwickelt hat Dass es schon ein bisschen härter wurde So für diesen Spannungsbogen Dass man dem Zuschauer bei jedem mal Ein bisschen mehr bieten muss Aber was ich sehr gut fand Bei dem Film War dass diese Sexismusfrage Hat sich für mich Bei der Thematik natürlich gestellt Aber da ist der Film sehr gut zuvor gekommen Ja Da diese Frau nicht als einfache Prostituierte Dargestellt wird Sondern dass wir sehen Das ist eine selbstständige Frau Die steht eigentlich mitten im Leben Und entscheidet sich aber bewusst Für diesen Weg Ja Und das zu machen Weil sie selbst ein bisschen erfüllt Und das finde ich Hat man in solchen Filmen Schon häufiger nicht so gemacht Hier wurde es sehr schön gelöst Also mir zumindest Kam diese Frage gar nicht auf Die wirkte so selbstbewusst Und in dem was sie da macht So sicher Und Ja was du ja sagst Selbstbestimmt Also es war jetzt Kein Schmuddel Film In Anführungszeichen Wie man Vielleicht sowas Von anderen Filmen kennt Und es wurde nicht überzeichnet Also es war sehr Sehr echt Es kam echt rüber Ja So magst du noch Ein kurzes Fazit abgeben Ich würde sagen Wir vergeben Eine bis fünf Hundemasken Ja Dem Film würde ich ganz gerne Dreieinhalb Hundemasken geben Fand ich Ein unterhaltsamer Film Auch für Leute Die jetzt nicht unbedingt In der Szene Da unterwegs sind Und ich würde mir Vielleicht sogar mit Ja mit Leuten die das nicht kennen Einfach vielleicht mal Zum Schocken Auch so ein bisschen Würde ich mir gerne nochmal angucken Finde ich gut Ja Bei der Punktzahl kann ich mich Auf jeden Fall anschließen Ich bin auch bei dreieinhalb von fünf Hundemasken Ich finde es ist ein guter Film Man sollte auf jeden Fall wissen Auf was man sich da einlässt Und den nicht einfach so gucken Ich glaube man muss ihn sehen Um ihn wirklich so verstehen zu können Ich denke auch Dass wir jetzt alles gesagt haben Von uns beiden gibt es eine Empfehlung Ab dem 23. September erscheint er hier in Deutschland Mal gucken ob er in eurem Kino erscheint Ist ein relativ kleiner finnischer Film Aber vielleicht habt ihr ja Glück Bis zum nächsten Mal Bis dann Danke dir Ciao Ja hallo ihr lieben Menschen Hier ist wieder der Tele-Stammtisch Wir haben eine neue Review am Start Es geht um Atomkraft Forever Ein Dokumentarfilm Und mit an meiner Seite Ist heute zum einen der Werner Hallo lieber Werner Hi Und der Max Hallo Max Hallo auf zum Atom Auf zum Atem Ja Wir brauchen natürlich erstmal zum Einstieg Ein paar kleine Fakten Die genannt werden müssen zum Film Aber bevor wir das machen Müssen wir natürlich erwähnen Dass wir ein Community finanzierter Podcast sind Das heißt wenn euch gefällt Was wir hier so machen Dann lasst doch mal den ein oder anderen Rubel Rubel zu uns rüber wachsen Und die Infos dazu findet ihr natürlich In den dazugehörigen Infokasten Irgendwo hier unter dem Video oder Podcast So dann auf zu den Fakten Atomkraft Forever ist eine Dokumentation Die 100 Nicht ganz 100 Minuten Eher 98 Minuten geht Und darin geht es dann um das Atomkraft Was Atomkraftwerk das abgeschaltet wurde Und es wird ein bisschen gezeigt und erklärt Wie das funktionieren soll mit dem Abbauen Und wohin der Müll kommen soll Wieso beschlossen wurde Dass man aussteigt etc Also Auf dem Papier Ein ganz interessantes Thema Dann würde ich sagen Können wir mal direkt einsteigen Und Ich finde es bei einer Doku immer unglaublich wichtig Dass man von Anfang an Direkt in die Doku reingezogen wird Dass man einen guten Anker gesetzt bekommt Und Wie habt ihr das empfunden? Hat euch die Doku sofort mitgenommen? Hat sie da einen guten Einstieg ins Thema geboten? Oder sagt ihr Hat ein bisschen gebraucht? Werner, was sagst du? Der Einstieg Muss ich zugeben Der war noch solide Besser als der Rest der Doku Aber um ehrlich zu sein Ist das leider nicht viel So viel kann ich mal kurz sagen Okay, was sagt denn der liebe Max? Ja Das Ist ein schwieriges Thema Denn Also Ja Einstieg Ich meine Man wird erstmal in dieses Atomkraftwerk Welches abgeschalten wurde In Greifswald Das wird einem dann vorgestellt Dann kriegt man dann den netten Erzählonkel Auch nebenhergestellt Der da mehr oder weniger mit der Abbauarbeit Mit seinem Team irgendwie Ja Betreut ist Und Es sieht alles sehr Ich finde es sah ein bisschen aus wie im Finanzamt Muss ich sagen Ja Auf jeden Fall Es wäre schön gewesen Wenn man über die Über die gesamte Doku hinweg Mehr von diesem Abbau dann mitbekommen hätte Aber irgendwann mal So nach 10 Minuten Wurden wir ja komplett in ein anderes Thema reingeworfen Deswegen ist die Sache mit dem Anker setzen Ja Vielleicht ein bisschen falsch gewählt Weil alle 10 Minuten ist ein neuer Anker gesetzt worden So kommt es mir zumindest vor Also bei mir persönlich Hat es relativ gut funktioniert Was daran lag Dass mir tatsächlich nicht bewusst wurde Wie unglaublich aufwendig und lange So ein Rückbau von einem Atomkraftwerk dauert Und das ist ja sozusagen So das Das erste Womit die Doku hausieren geht Dass halt Zum einen gesagt wird Ich glaube Ende der 90er Wurde das abgeschaltet Oder Mitte der 90er Und das wird jetzt Noch irgendwie 20 Jahre Oder so dauern Bis das dann komplett zurückgebaut ist Also es ist eine riesige Zeitspanne Und das fand ich persönlich Relativ eindrucksvoll Und war mir so nicht bewusst Deshalb ist das bei mir Ganz gut angekommen Als Start Aber ich merke Bei euch war das nicht so der Fall Naja so Ich muss zugeben Der Anfang Der ist ja noch in Ordnung Weil man schon Da einsteigt Wo man Einen ja Auch hinhaben will Sag ich mal Auf dem Papier Wie gesagt Da geht es ja hauptsächlich Um dieses eine Atomkraftwerk Was abgebaut werden soll Aber im Nachhinein Stellt sich dann halt eben heraus Dass die Doku In viele andere Richtungen geht Und man mal Dorthin springt Und mit jemandem redet Dann springt man dorthin Und redet mit irgendjemandem Aber dieser Punkt Wo man halt eben anfängt Mit Dem Abbau Der kommt mir dann auf Dauer Irgendwie ein bisschen zu kurz Muss ich sagen Also die Fakten Die zwischendurch mal eingeblendet werden Die sind sehr interessant Wie du gesagt hast Da staunt man durchaus mal Das ein oder andere Das ein oder andere Mal Wenn eben eingeblendet wird Was wie lange dauert Wie viel wiegt es Und dies und das Aber Das Kann sich einfach nicht Über die Laufzeit Von 98 Minuten halten Und vielleicht haben sie Einen Fehler gemacht Die haben tatsächlich Thema an Thema An Thema An Thema An Thema Herangesetzt Anstatt dass sie die Sachen Vielleicht irgendwie Ein bisschen interessanter Zwischengeschnitten hätten Oder vielleicht mehr miteinander verwoben Oder man kann ja die eine Geschichte Ein bisschen wie ein Mit einem etwas offeneren Ende In einen anderen Themenblock Übergehen lassen Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten Sowas irgendwie ein bisschen Interessanter zu gestalten Aber es war tatsächlich ein bisschen Wird um den heißen Brei herum geredet Also ich muss sagen Also ich muss sagen Was jetzt bei euch ein bisschen Das klang ja bei euch alles Man trifft Anders empfunden Weil ich fand die Franzosen Wurden ja jetzt nicht sonderlich positiv dargestellt Also ich empfand das tatsächlich Viele die halt eben gesagt haben Ich glaube nicht Kraftwerk mit abbaut Leute Die 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 Kritischer Vor der Kamera Damit umgehen Die Kritik Die Kritik Die Kritik war meistens Erst immer nach jedem Themenblock In den Ja In den Texten Die eingeblendet wurden Wobei ich dir Steven da auch zustimmen muss Für mich als Zuschauer Waren viele Leute auch sehr Ja Eher abstoßend Was aber tatsächlich Wohl eher damit dazu Was eher Daher kommt Dass ich solche Personen Per se Ja Eher auf meiner Ich würde die nicht Auf meine Weihnachtskarten Liste Mit drauf Nehmen Sagen wir es mal so Ja und das Problem ist halt eben Dass man solchen Leuten Dann eben Ne Ja Ne Bildfläche gibt Sag ich mal Dass man die halt eben Dann auch groß zeigt Weil Ganz ehrlich Die geben dieser Dokumentation Keinen Mehrwert Ja also ich habe mich Zumindest gefragt Was genau mit dem Segment Halt bewirkt werden wollte Weil wie gesagt Ich habe es zum Beispiel So aufgenommen Dass die so ein bisschen Vorgeführt werden sollten Du hast es ganz anders Aufgenommen Und das lässt natürlich Ein bisschen an der Inszenierung zweifeln Weil anscheinend Ist es einfach nicht Wirklich deutlich herausgekommen Was mit diesem Segment Halt bewirkt werden wollte Also da sind wir uns Oder da können wir uns Vielleicht ein bisschen annähern Auf dieser Ebene Was ich aber trotzdem Der Doku Zugute halten muss Ist dass ich mich auch Schon vorher Zumindest so im Kern Mit Atomkraft Halt beschäftigt habe Und halt weiß Dass es Insgesamt ja Eine saubere Energiequelle ist In der Hinsicht Dass halt kein CO2 Oder kein CO2 Äquivalent Dabei produziert wird Ist Aber für mich Blieb immer das Problem Der Endmülllagerung Und ich finde Das wird hier schon Sehr deutlich Dass das Problem Halt einfach Nicht zu lösen ist Also es gibt Im Grunde genommen Keine perfekte Lösung Niemand Findet jemals Ein Ort Der eine Million Jahre Allen Möglichkeiten Standhält Dass da halt nie Irgendwie was passieren könnte Und ich finde Zumindest Das ist so als Kern Für mich Hängen geblieben Und das finde ich halt Relativ wichtig Dass man das halt Irgendwie mitnimmt Also das habe ich Als Hauptargument Oder als Haupt Argumentationspunkt Mit rausgenommen Ja wobei Also ich gebe da auch Vollkommen recht Das größere Problem Ist glaube ich Dass eine Million Jahre Da schon sehr abstrakt sind Also Ich glaube Keiner von uns Kann sich so wirklich Eine Million Jahre Vorstellen Wenn wir jetzt da In die Vergangenheit Zurück gehen Dann glaube ich Dann sind wir da Überhaupt schon Aufrecht gegangen Vor einer Eine Million Ich weiß es nicht Oder es sind sogar 100 Millionen Oder Einigen muss da drauf Dass es eine wirklich Lange Zeit ist Lange abstrakte Zeit Und ich glaube Das ist so Ich meine Die 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 Doku Ist ja auch Nicht sehr Ich finde sie nicht Sehr Sehr Anschaulich In dem Sinn Dass sie Dass sie da Irgendwelche Grafiken Jetzt gezeigt hätten Die Die das irgendwie Dann auch Symbolisieren können Es wird da von Einer Million Jahre Gesprochen Und ich muss mir das In meinem kleinen Spatzenhirn Dann irgendwie Selbst zusammen Löten Wie Ja Wie sieht jetzt Eine Million aus Ich würde Eigentlich Eigentlich Was mir Gefehlt hat Das ist so ein Bisschen Dieses Wie schaut es In 50 Jahren Aus Wie schaut es Jetzt aus Was gibt es Da für Optionen Gibt es da Überhaupt für Optionen Dann wenn diese Französischen Mark Zuckerberg Nuklear Wissenschaftler Diese neue Generation Da irgendwie Daher kam Was macht euch Zu einer Neuen Generation Wieso Seid ihr jetzt Auf einmal Die neuen Rockstars Im Nuklear Himmel Habt ihr Vielleicht Irgendwie Die Brennstoff Wiederverwertung Neugemacht Dann Herzlich willkommen Hier Dann erzählt Mal was Ihr da Macht Aber die Sind halt Einfach Nur gezeigt worden Die Machen Da ihre Party Auf ihrem Schiff Und das War es Dann Also Von dem her Sie haben Studiert Das reicht Das sind große Tiere Ich hab auch studiert Ich hab auch studiert Ja aber Anhand unserer Runde hier Erkennt man ja schon Dass diese Doku sich selber Auch ein bisschen So Verläuft Nicht zum Punkt Kommt Und auch Nicht so richtig Seinen Zweck Erfüllt Weil Meiner Meinung nach Zu wenig Auf die Wichtigsten Sachen Eingegangen Wird Also Zahlen Daten Fakten Von dieser Doku Kommen einfach Viel Viel Zu Kurz Wie gesagt Das was hier Gezeigt wird Diese 98 Minuten Kannst du Theoretisch Auf 15 Minuten Kürzen Wenn du Alles Weglässt Und von diesen 15 Minuten Sind Vielleicht 5 Minuten Interessante Und Relevante Daten Fakten Alles Andere Interviews Über Zeug Was Du Morgen Wieder Vergessen Hast Es gibt Eine Sache Die Mich Dann Auch Gestört Hat Vielleicht Geht es Euch Da Ähnlich Da gab es Doch Dann Dieses Segment Wo es Dann Drum Ging Dass Diese Neu Gegründete Energie Endlager Such Behörde Die 2016 Dann Irgendwie Ins Leben Gerufen worden Ist Vom Umwelt Ministerium Dass Die Sich Dann Treffen Wollte Mit Diesen Wie Hießen Die Abgeschaltet EV Diesem Verein Die Mehr Oder Weniger Dann Die Bürger Miteinbeziehen Wollten Und Dann Gab es So Eine Konferenz Wo Sie Meinten Wie Sollen Wir Bürgern Das Irgendwie Jetzt Beibringen Wie Das Mit Der Endlagerung Aussieht Und Sollen Wir Da Fach Chinesisch Sprechen Oder Sollen Wir Das Möglichst Verständlich Machen Und Ich Hätte Echt Tatsächlich Mal Mit Hinhören Wollen Wie Das Den Bürgern Eigentlich Beigebracht Worden Ist Was Da Jetzt So So Ist Aber Ne Da Hast Dir Dann Auch wieder Bloß So Fragmente Reingeschnitten Bekommen Wo Du Dann Mitbekommen Hast Ja Okay Gut Anscheinend Haben Die Bürger Das Nicht So Ganz Verstanden Weil Es Zu Kompliziert War Oder Zu Komplex Und In dem Fall Weiß nicht Das sind Alles So Dinge Die Haben Potenzial Die Die Machen Es Dann Für Mich Irgendwie Spannend Da Fange Ich Dann Auf Einmal An Wieder Die Augen Aufzureißen Und Die Ohren Aufzumachen Und Dann Wenn Ich Aufnahmefähig Bin Und Komm Rein Mit dem Wissen Dann Kommt Der Nächste Themenblock Das Ist Sehr Unbefriedigend Ja Das Ist Das Richtige Wort Für Die Doku Unbefriedigend Ja Dann Würde Ich Sagen Fassen Wir Mal Zusammen Und Kommen Mal Zu einem Fazit Also Vielleicht Schafft Es Ja Ein Zwei Aussagekräftige Sätze Nochmal Zu Formulieren Und Dann Würde Ich Sagen Vergeben Wir Null Bis Fünf Reine Energien Reine Energien Reine Energien Wie Sehen Die Aus Ich Fange Jetzt Einfach Mal An Also Ist Dokumentarfilm Für den Würde ich Jetzt Nicht Ins Kino Rennen Ich Würde ihm Aber Auch Nicht Verbieten Auf Arte Zu Laufen Und Wenn Der In der Mediathek Bei Arte Wäre Ich bin 100% sicher Dass Ich Mir Den Auch Angeklickt Hätte Angesehen Hätte Jetzt So Was Informationsgehalt Angeht Ich Bin Halt Ein Sehr Belesener Und Sehr Wissenschaftlich Interessierter Junger Mann Da Kamen Keine Neuen Sachen Für Mich Jetzt Raus Auf der Anderen Seite Ich Finde Es Ja Gut Wenn Dieses Thema Immer Wieder Zur Sprache Gebracht Wird Und Deswegen Gut Gemeinte Zweieinhalb Punkte So Durchschnitts Ware Puh Okay Was Was sagt denn Werner Er sagt schon Puh Das kann also nur deutlich Schlechter Ausfallen Ja Ehrlich Gesagt Schon Denn Ehrlich Gesagt Hat Mir Die Doku Einfach Viel Zu Wenig Gegeben Und Mich Sehr Enttäuschend Sehr Enttäuscht Zurückgelassen Also Es gab Zu wenig Sehenswertes Was die Thematik Angeht Zu Wenige Zahlen Daten Fakten Was das Thema Angeht Und Zu Viel Irrelevantes Gelaber Und Interviews Kombiniert Mit Irgendwelchen Aufnahmen Von Orten Die Dich Persönlich Sagen Mal Oder Nicht In dem Fall Nicht Interessiert Haben Also Man Hat Man Ist am Ziel Vorbeigeschossen Und Dementsprechend Hab ich mich Über die Meiste Zeit Auch Wirklich Gelangweilt Und Fühle Mich Jetzt Am Tag Nach Der Doku Kein Bisschen Schlauer Als Vorher Gefühlt Also Von 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 Her Ungenügend Und Deswegen Von Mir Nur 1,5 Von 5 Sauberen Energie Kraftwerken Oder Was Das Jetzt Auch War Also Einmal Wasserkraft Ja Einmal Wasserkraft Bitte Deswegen Ja Also Ich Ich Komm Ja Anscheinend Zu Dem Positivsten Fazit Was Bei mir Daran Lag Das Hab Ich Vorhin Versucht So Ein Bisschen Klar Zumachen Dass Durchaus Ein Zwei Sachen Dabei Waren Die Mir Jetzt Noch Nicht So Ganz Bewusst Waren Und Weil Ich Finde Dass Vor allem Dieser Aspekt Mit Der Endlagerung Halt Einfach Recht Deutlich Hervortritt Für mich Aus Der Doku Und Das Ist Für Mich Der Wichtigste Part Des Films Gewesen Aber Ich Kann Euch Zustimmen Dass Auch Viel Überflüssiges Dabei War Was Man Sich Durchaus Hätte Sparen Können Und Auch Parts Die Irgendwie Nicht So Richtig Wussten Was Sie Eigentlich Darstellen Sollten Aber Weil Ich Gerade Die Positiv Genannten Dinge Etwas Überwiegend Finde Vergebe Ich Sechs Nicht Sechs Sondern Drei Von Fünf Reinen Energien Ne Ich bin Immer Noch In Diesem Zehner System Deswegen Drei Von Fünf Reinen Energiestäben Für Atomkraft Forever Wer Absolut Noch Überhaupt Gar Nichts Über Atomkraft Wusste Oder Nur Sehr Wenig So Wie Ich Anscheinend Oder Zumindest Nicht Diese Fakten Die So Rundherum Dazu Gehören Der Kann Hier Schon Das Ein Oder Andere Mitnehmen Ich Muss Ja Dazus Sagen Ich habe Dieses Atomkraft Thema Schon Mit der Muttermilch Aufgesaugt Bekommen Weil Sie Uns In Bayern Damals In meiner Nachbarschaft So So Eine Wieder Aufbereitungsanlage Für Brennstäbe Hinstellen Wollten Und Da Ist Unsere Ganze Gemeinde Unser Ganzer Landkreis Gegen Die Staatsgewalt Auf Die Straßen Gegangen Und Hat Sich Dann Auch So Richtig Schön Auch Geprügelt Und Gegen Die Wasserwerfer Geworfen Und Da War Eins Der Kinder Das Dann Immer Lärm Und Radau Machen Durfte Mit Stöcken Gegen Dosen Und So Ich bin Eine Stunde Sehr gut Na dann Ist Das Natürlich Klar Dass Ich Hier Nicht So Sonderlich Viel Hinter Dem Ofen Hervorlocken Konnte Ich Hab Übrigens Kurzzeitig Hab Ja Gedacht Hey Vielleicht Zeigen Die Ja Was Aus Der Nachbarschaft Der Ehemaligen Schade Aber Wen Das Interessiert Dem Absolute Service Leistung Für Zuhörer Ja Dann Würde Ich Sagen Können Wir Das Ding Hier Ad Acta Legen Und Ich Bedanke Mich Recht Herzlich Bei Werner Und Max Für Diese Review Danke Für Deine Durchaus Sehr Gute Moderation Danke Auch Meinerseits An euch Beiden Und Bleibt Gesund Alle Zusammen Wir Probieren Dank Und Dann Bis Zum Nächstes Mal Tschüss Tschüss Mit ein paar Jährchen Verspätung Gibt es Seit 16. September 2021 Einen Südkoreanischen Film In manchen Deutschen Kinos Zu Sehen Und Zwar Bori Und Ich Bespreche ihn Heute Nicht Alleine Sondern Gemeinsam Mit Theresia Grüß Dich Hallo Paul Hallo Ja Der Film Ist Von Kim Jin Yoo Geht 110 Minuten Und Ist Ab Sechs Jahren Freigegeben Teresia Worum Geht Es In diesem Film Ja Also In dem Film Geht Es Um Die Elfjährige Bori Die Lebt Mit ihrem Jüngeren Bruder Mit ihrem Eltern In Südkorea In einer Küstenstadt Und Die Familie Macht Auch So Auf den Ersten Blick Einen Glücklichen Und Zufriedenen Eindruck Nur Das Besondere Ist Eben In Dieser Familie Dass Außer Bori Der Rest der Familie Nicht Hören Kann Und Sich Nur Über Gebärdensprache Ausdrückt Und Deswegen Ist Die Aufgabe Der Elfjährigen Bori Meistens Zu Dolmetschen Für Gespräche Am Telefon In Geschäften Oder Bei Behörden Und Der Nachteil Für Bori Ist Aber Sie Fühlt Sich Zum Teil Innerhalb Der Familie Eben Etwas Ausgeschlossen Weil Eben So Die Blase Um Ihre Eltern Und Ihren Bruder Herum Mit der Gebärdensprache Die Etwas Vertrautes Sind Und Bori Fühlt Sich Da Eben Immer Etwas Ausgeschlossen Fast Deswegen Einen Sehr Kühnen Plan Sie Möchte Nämlich Auch Gehörlos Werden Ja Die Prämisse Also Ein Kind Was In einer Familie Aufwächst Als Einzige Hörende Sag ich Mal Erinnert Jetzt Nicht Nur An Den Vor Kurzem Erschienenen Auf Apple TV Plus Erschienenen Coda Sondern Auch Belliets In Den Du Auch Gesehen Hast Vielleicht Kannst Du Kurz sagen Ob Die Filme Sich Sehr Ähneln Oder In ihrer Handlung Unterscheiden Die Grundsituation ist die Gleiche Du hast Auch Bei Verstehen Sie Die Familie Wo Die Tochter Die Hören Kann In dem Französischen Film Ist Es Aber So Dass Die Tochter Wesentlich Älter Ist Die Ist Da Schon 16 Und Will halt Quasi Jetzt Ihre eigenen Wege Gehen Hat Die Möglichkeit Für Musik Gesang Stipendium Und Möchte halt eben Da Die Familie verlassen Hat Aber Auch eben Den Zwiespalt Wie kommt Dann Die Familie Ohne sie klar Aber Bei Verstehen Sie Die Belliets Geht mehr In die Humorige Richtung Auch Wobei Jetzt Hier Dieser Südkoreanische Film Ja Etwas Ernster Ist Und Etwas Ruhiger Ist Und Hier eben Das Mädchen Erst Elf Ist Und Im Grund Ja Selber Noch Auf die Familie Angewiesen Ist Ja Da Hast Auch Schon Schönes Stichwort Gesagt Er Ist Sehr Ruhig Das Ist Es Wird Wenig Gesprochen Es Gibt Auch Durchaus Dialog Szenen Oder Figuren Die Auch Sprechen Können Und Mit Bori Auch Sprechen Aber Im Großteil Wird Hier Auch Viel Entweder In Gebärdensprache Oder Einfach Über Geräusche Oder Musik Gemacht Und Das Über Die Knapp Zwei Stunden Ungefähr Hinweg Wie Hat Dir Diese Herangehensweise Gefallen Ich Fand Die Eigentlich Sehr Sprache Kommuniziert Und Nicht Eben Mit Sprache Also Bori Selber Zuhause Lebt In einer Stillen Welt Und Deswegen Glaube Ich Ist Es Gut Das Im Film So Zu Transportieren Ja Auf Jeden Fall Da Schwingt Immer So Eine Ganz Schöne Natürlichkeit Mit Und Vor allen Dingen Beobachtet Man Auch Die Größten Zeit Über Alltag Situation Also Wie Ist Das Mit Essen Bestellen Oder Auch Mit Zur Schule Gehen Oder Wie Findet Das Familienleben Statt Und Da Finde Ich Erstmal Auch Die Schauspieler Innen Finde Ich Toll Also Ich Find Die Authentisch Die Machen Das Ich Kaufe Den Das Richtig Ab Ich Weiß Auch Gar Nicht Ob Es Ob Sie Tatsächlich Stumm Beziehungsweise Taub Sind Oder Einfach So Spielen Und Der Gebärdensprache Mächtig Sind Ich Meine Die Hauptperson Oder Die Schauspielerin Der Hauptperson Ist Ja Auch Die Kann Ja Auch Sprechen Und Kann Aber Auch Fließend Die Gebärdensprache Da Zeigen Und Ich Finde Das Hat Eine Ganz Tolle Dynamik Auch In der Familie Und Auch Trotz Dieser Eben Diese Geringen Dialoge Trotzdem Auch So Zwischenmenschliche Und Auch Gespräche In Anführungszeichen Unter Vier Augen Eben Zwischen Zum Beispiel Bori Und ihrer Mutter Oder Bori Und ihrem Vater Gemacht Die Trotzdem Eindringlich Eindringlich Sind Und Auch Packend Sind Die Sind Auch Sehr Wichtig Eben Auch Für Bori Dass Sie Den Einzelnen Kontakt Zu ihrem Bruder Oder Zu ihrem Vater Hat Mit dem sie immer Angeln geht Und Ich glaube Dann fühlt sie sich Nicht mehr Filme Von Hirokazu Kore Eda Um Jetzt Mal Einen japanischen Vertreter Zu Nennen Beziehungsweise Auch Immer diese Familien So Gut Und Ganz Ruhig Und Ganz Gediegen Eingefangen Hat Und Das Hier Aus Sicht Diese Elfjährigen Hauptfigur Ich fand Das Gelungen Und Trotzdem Dass Es Relativ Unspektakulär Ist Jetzt Mal Abgesehen Von diesem Vorhaben Was Sie Ja Dann Doch Manchmal An Die Ein Hat Es Mich Trotzdem Beibehalten Über Die Laufzeit Ja Mich Auch Ich Mich Echt Gefragt Wie Es Eben Dann Ausgeht Oder Was Dann Zum Schluss Eben noch Passiert Und Ich glaube Bode lernt Dann Eben Mit der Zeit Auch Wie Wichtig Es Eigentlich Für Die Familie Ist Dass sie Hören Kann Weil sie Mitkriegt Wie Andere Menschen Über Die Familie Denken Oder Eventuell Die In Geschäften Betrügen Weil Die Dann Einfach Sagen Okay Dann Verlangen Wir Da Mal 10.000 Dong Sind Das Mehr Ich Weiß Nicht Mehr Wie Die Wertung In Korea Ist Also Sie Merkt Schon Dass Sie Doch Für Die Familie Wichtig Ist Ja Allgemein Auch Diese Botschaft Dass Die Familie Die Auch Über den Film Zusammenwächst Und Das finde Ich Ist Ein Richtig Schönes Stimmiges Bild Sicherlich Nicht Und Sich Darauf Eben Auch Irgendwo Einlassen Können Ich Denke Das Ist Noch Ganz Wichtig Ansonsten Vielleicht Können Wir Jetzt Hier Zum Abschluss Neben Unserem Fazit Und unserer Punkte Vergabe Noch Ein Ziel Publikum Würdest Zb sagen Das Ist Ein Kinder Oder Familien Film Oder doch Schon Eher ein Drama Für Ein Erwachseneres Publikum Okay Dann Lasse Ich Das Gleich Ins Fazit Mit Ein Fließen Also Ich Fand Den Film Sehr Gut Und Sehr Stimmig Es Ist Ein Sehr Ruhiger Film Und Es Passiert Von Dramatik Her Finde Ich Auch Nicht So Viel Ich Würde Es Nicht So Als Dramafilm Schlecht Hinn Nennen Ich Würde Sagen Es Es Ist Ein Kinder Und Jugendlichen Film Vielleicht Auch Noch Wenn Die Sich Mit den Eltern Ansehen Er Arbeitet Eben Viel Über Die Akustik Und Über Die Bilder Und Es Hat Mir Eigentlich Auch Sehr Gut Gefallen Daher Würde Ich Ihm Jetzt Dreieinhalb Von Fünf Punkten Geben Ja Ja Da bin Ich Auch Der Einzige Kleine Manko War Bei Mir Dass Ich Die Deutsche Synchro Manchmal Ein Bisschen Aufgesetzt Fand Beziehungsweise Das Hat Mich Manchmal So Ein Bisschen Aus Der Atmosphäre Gerissen Wenn Es Also Zurggreifen Ansonsten Danke Theresia Für Deine Einschätzung Danke Dass Ich Da Sein Durfte Und Ich Sag Bis Zum Nächsten Mal Tschüss Ciao Der Teleschamp Tisch Unendliche Weiten Dies Sind Die Abenteuer Von Paul Und Captain Stu Und Damit Hallo Hallo Paul Hallo Stu Warum Bist Du Der Captain Ja Weil Ich Dich Befragen Werde Zu Dem Film Der Extra Ordinary Journey Of Celeste Garcia Der Bereits 2018 Seine Premiere Gefeiert Hat Und Jetzt Anscheinend In Deutschland In Kinos Kommt Oder Am 23 September 2021 Kommt Übrigens Auf Deutsch Die Außergewöhnliche Reise Der Ich Glaube Sie Heißt Celeste Garcia Wie so oft Bei solchen Besprechungen Vielleicht Ist es euch Schon Gewiss Geworden Wenn Der Paul Und Ich Hier Sitzen Ist Es So Dass Einer Von Uns Den Film Gesehen Hat Und Der Andere Keine Ahnung Hat Worum Es Geht Heute Bin Ich Der Jenige Der Keine Ahnung Hat Worum Es Geht Und Deswegen Paul Kannst Du Uns Mal Kurz Aufklären Worum Geht Es geht Um Celeste Das ist Eine Frau Die Lebt Mit ihrem Erwachsenen Sohn In Havanna Und Die War Früher Mal Lehrerin Und Arbeitet Jetzt Als So Eine Teilzeitkraft Quasi In einem Planetarium Wo sie Eben So Führungen Macht Und Eines Tages Wird Offenbart Dass Außerirdische Schon Lange Auf Dem Planeten Erde Unterwegs Waren Ja Und Nun Sie Quasi Offenbaren Und Einige Ausgewählte Menschen Mit Auf Ihren Heimatplan Nehmen Würden Und Sie Findet Auch Heraus Dass Ihre Nachbarin Eine Dieser Geheimnisvollen Aliens War Und Ihr Sogar Eine Einladung Hinterlassen Hat Und Deswegen Begibt Sie Sich Auf Eine Außergewöhnliche Reise Eben Nicht Direkt Zu Diesem Planeten Aber Erstmal Das Ganze Was Dazu Gehört Erstmal Muss Man Gucken Ob Man Vielleicht Dafür Noch Ein Bisschen Ausgebildet Wird Und All Das Das Sieht Man In diesem Film Ich Sehe gerade Das Spanische Plakat Vor Mir Und Das Ist Sehr Klar Eine Hommage An Die Science Fiction Filme Der 50er Und 60er Jahre Das Weckt So Ein Bisschen In Mir So Die Assoziation Dass Der Film Sich Selbst Nicht Ganz So Ernst Nimmt Liege Ich Damit Richtig Oder Bin Ich Reine Komödie Und Auch Nicht So Dass Es Nicht Die ganze Zeit Nicht Ernst Nimmt Er Hat Tragische Und Ernste Momente Er Schlägt Im zweiten Drittel Ungefähr So Schroffen Ton An Und Man Fragt sich So Dauernd Okay Was Sehe Ich Denn Hier Oder Wo Läuft Das Ganze Hinaus Stimmt Hier Irgendwas Nicht Was Ist Das Ganze Es Ist So ein Bisschen Was Surreales Also Ich habe Ihn Auf Kubanisch Mit Deutschen Untertiteln Gesehen Da Haben Sie Mal gesagt Selete Also Das S War Stumm Deswegen Übernehme Ich Das Jetzt Einfach Mal So Sie Ist Wirklich Sehr Zentral In diesem Film Und Man Muss Sagen Das Ist Sie Hat Eine Sehr Sympathische Ausstrahlung Die Schauspielerin Die Maria Isabel Dias Lago Die Strahlt So Eine Grund Sympathie Aus Die Eigentlich Diesen Ganzen Film Über Schon Allein Tragen Kann Insgesamt Ein Sehr Herzlicher Film Die Chemie Zwischen Den Einzelnen Personen Denen Sie Dann Begegnet Die Stimmt Eigentlich Auch Immer Und Es Geht Quasi Darum Diese Menschen Versuchen Eben Mit diesem Raumschiff Zu diesem Geheimnisvollen Planeten Zu Fliegen Aber Eigentlich Geht Es Darum Ihrem Eigen Leben Auf Irgendeine Art Weise Zu Entfliehen Oder Eben Auf Neue Oder Eine Zweite Chance Zu Hoffen Oder Die Einfach Von Etwas Besserem Träumen Die Hauptperson An Sich Damit Da Kann Ich Vorstellen Dass Einige Da Vielleicht Probleme Mithaben Können Die Ist Eigentlich Mehr Nur So ein Spielball Sie Ist Fast Immer Zusehen Immer Im Bild Sie Ist Aber Nie Wirklich Aktiv Oder Kommt Mal So Richtig Über sich Hinaus Meistens Gibt es Irgendeinen Anstoß Punkt Oder Sie Ist Einfach Spielball Von verschiedenen Dingen Jetzt Spielt Der Film Ja Nicht Irgendwie In den USA Oder Frankreich Deutschland Oder Spanien Sondern Auf Kuba Ich Kenne mich Nicht So Wirklich Mit Kuba Aus Aber Ich Glaube Dass Kuba Ja Durchaus So Ein paar Probleme Hat So Regression Und Armut Und Es geht Ja Auch Darum Dass Aliens Anbieten Komm mit Uns Mit In Eine Neue Welt Oder Wie es Pur Damals Besang Komm mit ins Abenteuerland Nimmt Der Film Diese Flucht Auf so Ein bisschen Als Politischen Gesellschaftlichen Kommentar Oder Ist Dem Film Das Relativ Egal Ja Er Schneidet Hier Und Da Auch soziale Probleme Sag ich Mal An Aber Eigentlich Gibt Es Diese Probleme Würde Ich Sagen Nicht nur In Den Drill Oder Dass Sie Immer Wieder Als Genossen Angesprochen Werden Was Man Dann Eher Vielleicht In die Richtung Verorten Könnte Aber An sich Würde Ich Nicht Sagen Dass Es An Ort Behaftet Ist Oder Jetzt An Ein Bestimmtes Land Jetzt Ist Es Ja Auch So Aliens Haben Immer So Science Fiction Hafte An Sich Und Science Fiction Ist Ja Auch Oft Verankert Mit Fantasie Wie Fantastisch Ist Denn Jetzt Die Extraordinäre Reise Der Selete Garcia Ist Das Ein Film Der sich Traut Auch So Ein Eskapismus Darzubieten Oder Bleibt Er Dann Doch Eher Bescheiden Also Diese Außergewöhnliche Reise Die Muss Man Anders Lesen Als Wir Reisen Zu Diesem Fremden Planeten Der Fremde Planet Und Auch Die Aliens Die Sind Das Grund Ding Oder Das Ding Was Die Geschichte Dann Fantastisch Wird Es Nie Man Seht Auch Ein Raum Schiff Was Sogar In Der Sparsamkeit Seiner Effekte Eigentlich Ganz Gut Aussieht Aber Dieser Film Ist Eben Kein Science Fiction Film Also Oder Kein Reinen Blütiger Science Fiction Film Insgesamt Total Schwer Zu Beschreiben Weil Er Auch Sehr Unterschiedliche Töne Anschlägt Und Auch Mit Dem Ende Jetzt Nicht Wie Eine Komödie Endet Sondern Schon Fast Tragisch Ist Oder Immer Wieder Diese Momente Einstreut Wo man Sagt Okay Das Hätte Ich Jetzt Von Dieser Art Film Nicht Erwartet Gut Dann Kommen Wir Jetzt Zum Extraordinären Fazit Das Pall Ja Pall Weil Das U Stumm Und Ja Ich Würde Sagen Du Darfst Jetzt Aussuchen Welche Art Punkten Du Vergibst Und Vor allem Wie Viele Du Vergeben Möchtest Du Hast Die Dreieinhalb Von Fünf Teleskopen Weil Mich Dieser Film Überrascht Hat Weil Ich Nie So Richtig Sicher War Wohin Diese Reise Jetzt Wirklich Geht Der Hört So Ein Paar Rückblenden Zum Beispiel Mit Den Ich Ja Nicht So Viel Anfangen Kann Und Die Ich Finde Auch Nicht Immer Ganz So Glücklich Eingebunden Sind Und Der Grotesk Gefällt Vielleicht Manchmal So Ein Biss Aber Von Der Dann Irgendwo Überzeugen Können Dann Danke Für Deine Meinung Euch Da draußen Danke Fürs Zuhören Noch Viel Spaß Mit weiteren Podcast Hier Am Telestammtisch Ich Sage Tschüss Und Das Gleiche Macht der Paul Jetzt auch Tschüss Tschüss Herzlich Willkommen zu unserer Besprechung Von Geschlechterkrise Ein Film Den Ich Sehen Ja Sagen Wir Mal Durfte Ich Selber Hab Den Film gesehen Meine Interview Partnerin Die mich Das ist Britmarie Hallo Britmarie Hallo Ja Ich Sagt Ja Schon Ich Durfte Den Film Sehen Bin Also Frei Und Empfangbar Timo Übrigens Der Videothekar Kennt Ja Und Bin Gespannt Was Du Für Fragen Mitgebracht Hast Ja Ich Wollte Dich Erstmal Fragen Ist Es Eine Dokumentation Oder Ist Es Ein Film Also Ein Spielfilm Beziehungsweise Worum Geht's Ja Es Ist Ein Deutscher Stummfilm Geht Knapp 80 Minuten Und Man Kann Sich Des Gefühls Nicht Erwehren Dass Dieser Stummfilm Der Eine Art Mischung Aus Tragödie Und Komödie Sein Soll Also Eine Art Dramatischer Komödie Dass Das Irgendwie ein Deutsch LK Oder Auch Eine Kleine Studenten Gruppe Gemacht Hat Denn Das Ist Schon Mit Sehr Geringen Mitteln Gemacht Das Ist Sehr Wenig Zugänglich Wenn Man Die Ursprungsgeschichte Nicht Kennt Denn Es Ist Eine Neuauflage Der Biblischen Handlung Über Samsung Und Delilah Das Ist Jetzt Muss ich Ehrlicherweise Sagen Auch Mir Im Vorhinein Nicht Klar Gewesen Und Dementsprechend Habe Ich Das Nach Recherchiert Der Film Plot Selber Dreht Sich Darum Dass Eine Langhaarige Dame Beziehungsweise Ein Langhaariger Kerl Das Soll Der Samsung Sein Dass Der Immer Wieder Haben Wollen Ja Und Er Muss Sich In Diversen Skurrilen Szenen Erwehren Dass Er Diese Leute Los Wird Und Im Endeffekt Ohne Zu Spoilern Kann Man Das Schon Mal Sagen Dieser Handlungsstrang Wird Immer Weiter In Variation Fortgetrieben Und Mit Anderen Protagonisten Es Also Wirklich Ein Ganz Avantgardistischer Film Wenn Man Das Positiv Bewerten Würde Wenn Ich Auf Meine Sehgewohnheiten Auch Schauen Würde Würde Ich Denken Das Ist Eigentlich Nichts Was So Die Breite Masse Ansprechen Kann Das Heißt Auch Der Titel Bezieht Sich Genau Auf Diese Geschichte Mann Versus Frau Dann Auch Das Ist Ja Riesen Dadurch Das Natürlich Mit Dieser Unheimlichen Haarpracht Auch Manchmal Eine Unheimliche Libido Und Eine Unheimliche Anziehungskraft Ausgeht Von Dieser Haarpracht Ist Es Dann Vielleicht Mal So Dass Das Zu Kleineren Konflikten Führt Aber Wie Das So Ist Im Stummfilm Es wird Viel Mit Text Einblendetafeln Gearbeitet Mit Sehr Auffälligen Pantomimisch Anmutenden Gesichtsausdrücken Und Expressionen Aber Das Ist Es Dann Auch So Ein Bekanntes Gesicht Was Man noch sieht Ist Klaus Balmer Also Moritz Sachs Der Da Sich Noch Für Dieses kleine Experiment Hergegeben Hat Ich Muss Auch zu meiner Schande Gestehen Ich Hab Die Artist Bisher Noch Nie Gesehen Und Ich glaube Ich Weiß Auch Warum Weil Mir dieses Stummfilm Milieu Und diese Stummfilm Mach Art Anno 2021 Ein bisschen Altbacken Daher Ich Gender Und Das Aufeinandertreffen Von eben Zwei Unterschiedlichen Konzepten Etc Diese große Auseinandersetzung Mit diesem Großen Thema Das Erfüllt Dieser Film Nicht Wirklich Ne Und Wenn Ich ihn Jetzt Vergleiche Ich Hab Vor Ein paar Wochen Ja Auch Orphea Von Alexander Kluge Ein Experiment Wo es Um Auch Einen Alten Stoff Nämlich Um Die Mythologische Sage Von Orpheus Und Oredeke Ging Und Da Wurde Die Geschlechterrolle Umgedreht Und Das War Habe Mich Damals Ein Bisschen Auch Darüber Lustig Gemacht Im Podcast Beitrag Dazu Weil Das Einzige War Was So Inhaltlich Neu War Aber Ansonsten Hat sich Kluge Natürlich Mit seinem Co-Regisseur Ganz Viel Getraut Er Hat Ganz Viele Interessante Perspektiven Kameraschnitte Fast Schon Jumpcuts Benutzt Und Hier Haben Wir Malte Wirth Der diesen Film Geschrieben Hat Und auch Gedreht hat Und Das ist Wirklich So Ich würde Mutmaßen Dass Das Früher Hätte Man Gesagt Das sind DVI Kameras Vielleicht Waren Es Diesmal Smartphones Die Beleuchtung Ist Meistens Nicht Sehr Professionell Und Man Hat Auch Gerne Mal Das Gefühl Dass So Der Ein Oder Andere Take Dabei War Der Auch Vielleicht Gar Nicht So Geplant War Man Hat Aber Einfach Die Kamera Laufen Lassen Ja Dieses Gefühl Ist Dann Dass Dass Man Als Zuschauer Film Oder Man sieht Vielleicht Einen Ersten Gehversuch Von Film Studenten Die Mal Gucken Was Sie So Filmisch drauf Haben Also Mir Hat Er Leider Wirklich Gar Nicht Gefallen Wenn Du Jetzt Das Ganze Zusammenfassen Müsstest Also Nicht Gefallen Und Nicht Gefallen Wie Viel Nicht Gefallen Also Wenn Wir Sagen Von Einem Abgeschnittenen Skalp Bis hin zu Fünf Ach Ja Also Man Muss Seine Freude Haben Ich Selber Hatte Allerdings Leidlich Spaß Und Hab Deswegen Einerhalb Von Fünf Haarsträhnen Oder Abgeschnittenen Skypen Kann Ich Da Vergeben Aus Den Von Mir Schon Genannten Gründen Es Ist Manchmal Einfach Nicht Witzig Zumindest Nicht Für Mein Geschmack Den Ich Am Humor Habe Und Mir Ist Es Einfach Ein Dorn Im Auge Wenn Man So Versucht Minimalistisch Zu Interpretieren Also Wie gesagt Für Mir Von Mir Eher Eine Empfehlung Ich Denke Auch Eher Dass Das In Ganz Wenigen Spielhäusern Überhaupt Laufen Wird Weil Momentan So Viele Filme Und So Viele Neue Filme Kommen Dass Der Eher Untergehen Wird Und Wenn Man Mich Jetzt Fragt Das soll Film Von Der Jung Lim Der Am 23. September 2021 In den deutschen Kinos Startet Bei mir Ist Heute Nicht Der Mo Vom Tele Stammtisch Sondern Der Chris Hallo Hallo Paul Ich hoffe Ich bin Jüger Auch Ja So Gerade Das wird sich jetzt herausstellen Der Film Geht Eine Stunde 41 Minuten Ist Am Esten Ja Drama Komödie Steht Zumindest Hier Und Passt Auch Ganz Gut Und Ist In Schwarz Weiß Gedreht Und Um Was Es Geht Das Verhält Euch Jetzt Chris Hermo Ist Ein Friseur Der Ein Recht Einsames Zurückgezogenes Leben Führt Und Er Ist Todkrank Er Hat Leider Nicht Mehr Viel Zeit Er Verbirgt Diese Krankheit Aber Vor Seiner Umwelt Und Geht Seinem Alltag Nach Und Er Hat Einen Sohn Namen Steven Der Ein Angehender Filmemacher Ist Und Da Hermo Nun Mal Begreift Dass Er Nicht Mehr Allzu Viel Zeit Hat Nähert Er Sich Seinem Sohn Wieder An Und Will Zusammen Mit Seinem Sohn Und Dessen Freundin Yuin Einen Kurzfilm Über Sich Selbst Drehen Und Dabei Kommen Sich Die Drei Natürlich Näher Es Geht Um Aufgearbeitete Probleme Es Geht Um Seine Mutter Natürlich Also Stevens Mutter Und Die Frau Von Hermo Und Es Geht Einfach Darum Wie Man Jetzt Mit Der ganzen Situation Umgeht Und Was Die Zukunft Denn Noch Bereithalten Wird In Der Kurzen Zeit Die Noch Bleibt Wo Fangen Mal An Vielleicht Der Film Heißt Hermo Und Dreht Sich Natürlich Auch Um Diesen Herren Aber Auch Ein Großer Teil Dieses Films Ist Eben Ja Dann Quasi Dieses Dreier Gespann Eben Noch Aus Seinem Sohn Und Der Freundin Des Sohnes Wie Hat Dir Diese Dynamik Zwischen Den Beiden Beziehungsweise Kann Man Dynamik Nennen Oder Wie Ist Da Dein Eindruck Schwierig Mir Gefiel Das Konzept An Sich Das Konzept Bot Das Potenzial Für Eine Wirklich Rührende Herzerweichende Geschichte Nur Ist Das Hier In Eine Art Und Weise Umgesetzt Die Nicht Mal Annähernd Aus meiner Sicht Diesem Konzept Gerecht Wird Weil Ich Habe Irgendwie Das Gefühl Betrachten Wir Mal Genau Was Wir Hier Eigentlich Haben Einen Asiatischen Schwarz Weiß Film Über Einen Krebs Kranken Mann Der Noch Etwas Erledigen Will Das Ist In Für Für Mich War Das Ja Einfach Alles Zu Gewollt Unterkühlt Also Ich Fand Das Verhältnis Zwischen Innerhalb dieser Familie Nicht Berührend Ich Fand Das Weder Witzig In Momenten In denen Es Ein Bisschen Skurril sein Will Und Ich Fand Die Aufarbeitung der Familien Probleme Auch nicht Packend Das ist So entschleunigt Und Gewollt Unterkühlt Erzählt Dass Das Für mich Teilweise eine Qual war Den zu Ende zu bringen Okay Ganz so schlimm war es bei mir nicht Ich mochte tatsächlich diese entschleunigte Erzählweise und ich mochte auch diese kleineren Emotionen die sie dann gezeigt haben oder wenn sie dann so wirklich wenn es dann um die Emotion ging das auf mich noch ein bisschen besser gewirkt hat Ich stimme dir auch zu man spürt schon die Länge und die ist jetzt nicht ganz so lang 100 Minuten Ja ich habe es auch so ein bisschen gespürt zumal wir das ja auch noch mit Untertiteln und im O-Ton gesehen haben das Schwarz Weiß bei dem habe ich mich auch manchmal gefragt erst habe ich diesen Möchtegern Independent Film Anstrich aber klar diese Chaplin Referenz die war halt dort nur in dem Moment in dem die sich miteinander über die Vergangenheit unterhalten haben da hätte wirklich da hätten Tränen fließen können wenn man bedenkt worum es hier geht und bei dem Moment wo die halt diesen Film gedreht haben die boten so viel Potenzial für Comedy Gold das ist jetzt eine andere Mentalität eine ein amerikanischer Film hätte da vielleicht dicker aufgetragen sei es nun Independent oder Studioproduktion aber die asiatische Filme können einen auch wirklich richtig durchschütteln emotional das erlebe ich dabei immer und immer wieder und hier das ist einfach sowas von steril wie das erzählt wird vielleicht hat der Look auch etwas dazu beigetragen aber ich fand wirklich das ist schade wie sehr man hier einfach versucht hat das Ganze so unaufgeregt zu erzählen dass einem dabei jegliche Emotionalität abhanden ging ja jeglich also ich finde schon dass diese ganze Herangehensweise auch so zumindest am Anfang diese Einsamkeit unterstreicht und gerade auch bei diesem wenn es dann zu dem Drehen kommt dann fand ich auch schön wenn man einfach nur das quasi nochmal als Außenstehende beobachtet und da natürlich habe ich jetzt nicht laut losgelacht aber ich war jetzt auch nicht so abgeneigt beziehungsweise nicht so gelangweilt von den von den Bildern oder überhaupt von dem was jetzt vor sich ging ich finde der hat auch gegen Ende der heißt übrigens in der englischen Übersetzung Merry Christmas Mr. Mo und ich finde also gerade gegen Ende hatte ich schon fast so war mir schon auch so ein bisschen weihnachtlich na klar man dann auch das klischeereichste Lied dann auch wieder ein aber boah da war ich gedacht ja dann lass jetzt hier noch schneien und das war dann für mich fast das perfekte weihnachtsfilm Ende der passt schon eigentlich fast in diese jahreszeit also ja wenn er denn irgendwo gespielt gezeigt wird wenn Leute ihn tatsächlich sehen werden dann können sie sich damit schön auf die Feiertage einstimmen wenn es ihnen gefällt genau ich will dem jetzt nicht komplett seinen Wert absprechen der hat hier und da schon was du hast recht der Anfang der gefiel mir auch ganz gut wo wir Mr. Moes Alltag sehen und wo die Krankheit hier und da eben zum Vorschein kommt und er versucht aber irgendwie doch eine Balance zu behalten und will einfach weitermachen das war schon irgendwie einladend das hat mich schon dann ein wenig gepackt und mein Interesse geweckt aber mit fortschreitender Laufzeit wurde mir das alles irgendwie immer egaler also Leute die den sehr mögen können mich gerne als Banause bezeichnen oder dass ich keine Kunst erkenne auch wenn man sie mehr auf die Nase bindet aber ich kann aus dieser Ecke von Film nicht einfach immer alles gut heißen nur weil es eben diese Art von Film ist tut mir leid der hat mir überhaupt nichts gegeben gut vollkommen in Ordnung und deswegen kannst du jetzt auch gleich noch die Punktevergabe hinten ranhängen ja was vergeben wir denn dann 0 bis 5 schwarze Hüte ja ja dann gebe ich 2 von 5 schwarzen Hüten gut gemeint interessante Idee auch gute Darsteller gewählt und hier und da auch sehr lebensnahe Momente aber war nicht meine Art von Film ja ich vergebe 3 von 5 schwarzen Hüten mich hat er eben auch nicht so vereinnahmt wie ich es mir vielleicht am Anfang gewünscht hätte aber ich war dann im Großen und Ganzen ja auch jetzt nicht sonderlich gelangweilt oder enttäuscht ich mochte so die ein oder andere Anspielung oder Hommage die es dann auch außerhalb an Chaplin eben an das Kino gab und ja da stecken auch schöne Bilder drinne gerade gegen Ende gibt es so ein zwei auch schwarz-weiß Bilder die wie ich finde echt echt schön aussehen ansonsten guckt wo er läuft oder irgendwann vielleicht auch im Stream ich bedanke mich bei dir Chris und sage tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss ich danke dir Paul und ciao hallo liebe Filmfreunde und liebe Tele Stammtischhörer hier ist Tilo der alte Schwede aus München und wir wollen heute über einen Film sprechen der gerade brandaktuell in den Kinos ist und auch brandaktuell aufgrund des Themas ist es handelt sich um den Film Je suis Karl der Titel natürlich angelehnt an die Sprüche wie Je suis Charlie und Je suis Paris nach den Terroranschlägen in Frankreich und dann kann man auch schon ein bisschen wissen in welche Richtung eventuell der Inhalt dieses Films geht und den möchte ich jetzt erläutern mit dem lieben Boris ich grüße dich ja servus hi jetzt wollen die Leute natürlich auch unbedingt wissen worum geht es denn in diesem Streifen Je suis Karl Boris ich übergebe ja dieses Je suis Karl angelehnt an das 2015 Attentat auf Charlie Hebdo also diese Satirezeitschrift aus Frankreich also wissen wir in welche Richtung es geht es geht um Radikalismus Rechtsradikalismus Extremismus das ist auch durchweg bei dem Film das Thema die kurze Geschichte dazu ist dass Maxi gespielt von Luna Wedler nach Hause kommt von einem Besuch bei ihrer Großmutter in Paris alles ist eigentlich so wie immer es ist so eine kleine Fünf-Kopf-Familie und sie hat eigentlich gar nicht so viel Vorlauf muss man sagen sondern es geht direkt in die Vollen dass der Vater ich glaube vom Geschäft nach Hause kommt oder so und dann das Paket annimmt was aber an eine Nachbarin eigentlich adressiert ist bringt es nach Hause und muss dann aufgrund weil er was im Auto vergessen hat verlässt die Wohnung und plötzlich explodiert hinter ihm die Wohnung und dabei sterben die Ehepartnerinnen und die zwei Kinder anfangs denkt er ja dass Maxi noch in dem Haus ist in diesem Mietshaus was aber nicht dem Fall so ist und jetzt geht es darum die Entwicklung dieser beiden Charaktere also wobei der Vater dann so ein bisschen mehr oder weniger in den Hintergrund gerät weil Hauptperson ist ganz klar die Maxi wie entwickelt sich jemand der durch einen Anschlag seine Familie verloren hat wobei die Verarbeitung eine ganz ganz ja differenzile ist also der Vater ist eher so der komplett in sich zurückgezogene und Maxi ist eher die lebt schon ein bisschen eher nach außen sucht Kontakt und möchte das verarbeiten und trifft nachdem sie belagert wird von der Presse und flüchtet trifft sie auf Karl gespielt von Janis Niewöhner ja und es entsteht eine kleine Romanze das klingt jetzt aber auch gar nicht so spannend man könnte vielleicht schon noch erwähnen ohne zu spoilern er lädt sie dann ein nach Prag zu einem Festival es ist ja auch durchaus eine Art Thriller natürlich kann man sich denken dass diese Organisation hinter diesem Festival perfide Pläne eventuell hat und sie dafür vielleicht einspannen will ich glaube so viel kann man verraten ohne groß zu spoilern und da haben wir auch ein bisschen das Problem der Film wird bezeichnet als Mischung aus Drama Romanze und Thriller und ja so ging es mir allerdings der Film weiß nicht genau was er sein will in deren Sicht ich habe mich für den Film interessiert weil das Thema mich interessiert hat ich habe eher so ein Sozialdrama erwartet junges Mädel naiv vielleicht irgendwelche tragische Vorgeschichte gerät in Fänge von irgendwelchen rechten Verschwören und so weiter im Grunde beziehungsweise so beziehungsweise so anzuerkennen wie es vielleicht dem einen oder anderen Blockbuster aus Hollywood geht ich würde jetzt mal so einen Vergleich ziehen auch mit Die Welle die bestimmt ja einige mittlerweile schon gesehen haben auch der Film hat mich nie hundertprozentig überzeugen können ich möchte gar nicht irgendwie dagegen gehen zum Beispiel Luna Wedler und auch Janis Niewöner spielen wirklich unglaublich Rolle also das kann man wirklich auch mal so sagen sie spielen es überzeugend aber auch dann wiederum nur teilweise ich kaufe es irgendwann Luna Wedler als Maxi irgendwann nicht mehr ab diese Naivität die sie darstellt alles gut und auch die Trauer und die Wut und die Angst und so weiter die sie natürlich durch den Verlust der Familie darstellt anfangs ja aber irgendwann einfach nicht mehr weil da geht es einfach um eine zu wichtige Sache der Film ist auch angelehnt an die identitäre Bewegung die sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat und der Hintergrund in der ganzen Geschichte ist eigentlich dass die heutzutage rechte Szene nicht mehr das was man vielleicht noch aus den 90ern und Anfang der 2000er kennt also das ist nicht mehr dieser typische Rechte genau richtig wollte ich auch anmerken dass in dem Film schön rauskommt dass es eben nicht mehr wie in den 90ern späten 90ern eventuell oder so diese grölenden Glatzen sind sondern es sind inzwischen adrett gekleidete gut aussehende Leute die das neue Gesicht des Rechtsradikalismus sind und das fand ich einen sehr interessanten sehr interessanten Ansatz in dem Film der dann allerdings das dann auch gar nicht mehr so vertieft hat sondern der Film verschwurbelte sich dann irgendwie und wurde am Ende dann unglaublich unglaubwürdig um es mal so auszudrücken und dann wurde es völlig abstrus wenn du mich fragst also dieses dieses manipulative was am Anfang kommt ja wird zu Ende wird es einfach zu ja ich kaufe das nicht ab also der Film geht zwar zwei Stunden aber verliert sich irgendwo du hast völlig recht was die schauspielerische Leistung betrifft die Darsteller sind äh top notch die Produktionsqualität auch das Drehbuch war halt mal wieder unausgegoren und irgendwie schafft es nicht das zu transportieren wie gesagt er funktioniert für mich weder als Thriller noch als Drama und fand ich dann verschenktes Potenzial bei dem Film irgendwie ich weiß nicht der bleibt dann auch so an der Oberfläche der Film und schafft es leider nicht einen weder weder zu packen was jetzt diese ganze politische Hintergrundgeschichte betrifft noch eben als Thriller weil der Film ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie großartig spannend finde ich ja und ich finde auch diese diese Gruppierung um die es sich ja da handelt vermittelt mir nicht diesen Einfluss was sie angeblich haben sollen genau das sind irgendwelche Typen die sind im Hinterzimmer da rum und so und okay man weiß der eine kommt aus dem Land der andere aus dem weil sie möchten ja so rüberkommen als wenn sie europaweit vernetzt sind richtig und strategisch wirklich ich habe nicht dieses Gefühl dass diese Gruppe die ja doch sehr groß angeblich sein soll oder sehr groß ist dass die eigentlich wirklich diesen Einfluss hat wie sie selber gut ist es jetzt natürlich der Irrglaube den man hat oder soll das auch genauso sein auf der einen Seite sind wir groß wir wollen es aber gar nicht so nach außen zeigen ich weiß nicht oder es wurde lange unterschätzt oder irgendwie nicht wahrgenommen dass die schon so groß und mächtig sind und viel kontrollieren schon und so viel war die vielleicht gar nicht auf dem Radar ja genau so aber das hat für mich null funktioniert finde ich sehr schade aber mein Gott wir reden glaube ich auch schon wieder länger über den Film als wir dürfen ich glaube wir müssen zu einem Fazit kommen ein bisschen haben wir ja schon gesagt was wir von dem Film halten aber jetzt wollen wir mal eine knallharte Bewertung haben wie viele tote Vögel von fünf würdest du dem Film geben also die schauspielerische Leistung muss man da wirklich jetzt mal wirklich hervorheben auch die Idee dahinter finde ich eine recht gute und auch zeitgemäß auch ganz wichtig die Message die Rechten sind einfach nicht mehr die Glatzen sondern es sind wirklich kluge Köpfe dahinter engagiert vernetzt gut vernetzt und das bringt der Film auf jeden Fall ein Stück weit nahe aber man sollte jetzt nicht den ultimativen deutschen zukünftigen Hochklassiker erwarten ich gebe zweieinhalb tote Vögel okay ja ich gehe da viel konform mit dir es ist auch jetzt keine zweite Die Welle der für mich deutlich besser funktioniert wenn auch nicht wirklich ganz da gebe ich auch dir wieder recht da war ich auch ein bisschen enttäuscht und ja schauspielerische Leistung klar Produktionsqualität okay aber alles bringt nichts wenn das Drehbuch wieder mal nicht so wirklich den Ansprüchen gerecht wird und für mich war es tatsächlich eine ziemliche Enttäuschung und für mich kriegt der Film eigentlich nur eine zwei tote Vögel von fünf und mehr ist da nicht drin tut mir leid gut dann würde ich sagen vielen Dank Boris für deine Expertise und ja dann bis zum nächsten Film Ahoi bis zum nächsten Mal macht's gut ciao Hallo hier ist der Paul vom Tele-Stammtisch in der nachfolgenden Besprechung reden meine Kollegin Frosty und ich über die Dokumentation Kabul City in the Wind diese Besprechung haben wir bereits Anfang des Jahres aufgezeichnet und sind deswegen in Anbetracht der Entwicklungen in Afghanistan nicht korrekt jeder der die besorgniserregenden Nachrichten der letzten Zeit verfolgt hat der wird wissen warum wir wollen euch unsere Gedanken zu dieser Dokumentation aber trotzdem nicht vorenthalten euch jedoch zumindest diese kleine zeitliche Einordnung hier vorweg schicken Hallo und willkommen zur Besprechung des Films Kabul City in the Wind ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2018 der nun zu uns nach Deutschland kommen soll das mache ich heute nicht allein bei mir ist Frosty Hallo Hallo und ich bin Paul ja Kabul City in the Wind ist wie gesagt eine Dokumentation des afghanisch stämmigen Regisseurs Abu Sar Amini ja das Thema der Dokumentation lässt sich wahrscheinlich schon so ein bisschen vom Titel des Films ableiten vielleicht kannst du aber trotzdem nochmal kurz zusammenfassen was denn um was es denn nun geht also ganz kurz zusammengefasst geht es um das Alltagsleben eines Busfahrers in Kabul und eines ja ich schätze mal der ist so zwischen neun und elf Jahre alt so ein Jungen mit seinen zwei jüngeren Brüdern der dort im Grunde genommen die Rolle des Vaters übernehmen muss weil der aus Sicherheitsgründen außer Landes geht und im Grunde genommen sieht man so Ausschnitte aus dem Leben dieser Person wir sehen hier mehr oder weniger einen Teil des Porträts einer Stadt in die man in dieser Art und Weise vielleicht nicht so häufig Einblick bekommt wie bist du in die Doku eingestiegen also bist du gut reingekommen ich muss zugeben ich fand dass eigentlich für meinen Geschmack zu wenig Kontext geliefert wurde also bei mir sind ganz viele Fragezeichen teilweise geblieben so ja man kann es ja einordnen mit dem Krieg gegen die Taliban der da stattgefunden hat und man kriegt ja auch immer wieder mit dass dort weiterhin Anstiege kommen und dass das halt vom Krieg gebeutelt und vom Kampf gegen den Terror der Amerikaner gebeuteltes Land ist das hat man ja im Hintergrund und im Kopf das weiß man aber so konkret über das Alltagsleben erfährt man auch trotz dieses Films finde ich nicht viel also man sieht zwar so Ausschnitte aus dem Leben der Beteiligten aber bei den Jungs sieht man zum Beispiel ganz oft dann gehen die für die Mama einkaufen dann sind die ganz viel dabei irgendwelche Sachen umzubuddeln oder Schnee zu schippen aber man kriegt halt nur so am Telefon einmal in einer Szene mit wie der Junge dem Vater dann halt am Telefon erzählt so ja und ich bin irgendwie der Beste in meiner Klasse und ich lerne brav den Koran und ich lerne Englisch wo ich dann echt so am Schwimmen war weil irgendwie dass ich einfach zu wenig über das System weiß dass ich jetzt nicht weiß lügt der gerade seinen Vater an oder geht der halt wirklich in der Schule aber es wird im Film nicht gezeigt also ich hatte das Gefühl ich kriege so ein unvollständiges Bild gezeigt beziehungsweise habe nicht habe selbst halt nicht genügend Kontext um beurteilen zu können wie vollständig dieses Bild ist das kein vollständiges Bild zum Beispiel mit dem Schulleben das habe ich mich tatsächlich auch gefragt da war ich mir auch unschlüssig aber es hat mich nicht so gestört denn für mich hat es dann den Eindruck erweckt dass das einfach nicht wichtig ist die Dokumentation legt den Fokus auf diesem dieses Alltägliche was dann für uns nicht immer alltäglich ist wenn dann dort immer wieder über Anschläge gerichtet wird oder heute sind mal 50 oder 60 Menschen bei einem Anschlag auf einem Bus ums Leben gekommen oder so also ich fand der Fokus war halt in der Tat halt auch mehr auf das Innenleben der Beteiligten also es gibt so ein paar ganz wenige Szenen wo im Grunde genommen erst der ganz kleine Junge was erzählt dann irgendwie mal der Busfahrer und später dann auch der schon ein bisschen jugendlichere Junge und dann werden die halt auch immer vor allem nach ihren Träumen gefragt also es geht sehr darum wie fühlen die sich und ich finde es wird auch gleich am Anfang wird das Ganze ja damit eröffnet dass die Jungs mit ihrem Vater so ein im Grunde genommen so eine Art Gedenkstätte für die Toten eines Anschlags besuchen der Film führt schon darin ein irgendwie hier gibt's ist der Tod im Grunde genommen was alltäglich ist was irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund schwingt und ich fand gerade diese Szenen haben halt auch diese Sprachlosigkeit im Grunde genommen gezeigt weil die halt wirklich erstmal nach Worten finden müssen und halt auch wenn die von ihren Träumen berichtet haben das waren meistens Träume die damit zu tun haben dass irgendwo der Tod droht also im Grunde genommen da merkt man schon dass das eigentlich was für verheerende Auswirkungen das hat Nun ist heißt diese Dokumentation trägt diese Dokumentation ja den Untertitel City in the Wind man sieht dann tatsächlich auch wirklich verbildlich zum Beispiel so einen kleinen Sandsturm durch die durch das Bild huschen und dort Leute kurz also mitnehmend wie fandest du allgemein die Aufmachung oder auch die Bilder die Aufnahmen die dieser Film geliefert oder gebracht hat Also Sand war ja wirklich das Vordringlichste was man die ganze Zeit gesehen hat der ganze Film ist Sandfarben die ganze Stadt ist Sandfarben was mir ein bisschen gefehlt hat so in der ganzen Konstruktion des Films war dass man eigentlich so gut wie keine Einblicke ins Leben von Frauen bekommen hat die sind zwar so im Hintergrund da dann heißt es so oh ja irgendwie Mama hat uns jetzt losgeschickt bei dem Busfahrer war es ja da hatte man ja so ein bisschen Einblicke in die Familie aber da hat man die Frau eigentlich hauptsächlich nur am Rand so sticken gesehen und in einer einzigen Szene redet er mit ihr und da geht es darum dass er im Grunde genommen Geld von ihr möchte obwohl er ja an für sich mit der Versorger der Familie sein sollte in diesem System und ansonsten tauchen die nicht auf also die werden nicht gefragt ja wovon träumst du was wünschst du dir also das hat mir echt extrem gefehlt da stimme ich dir auf jeden Fall zu das habe ich mich nämlich auch gefragt oder ich hätte es mir auch in der einen oder anderen Interviewsequenz oder was weiß ich tatsächlich auch mal gewünscht oder hätte es auch interessant gefunden der Regisseur präsentiert uns hier auch mal gut keine Ahnung so 10 bis 15 Minuten wie eben der Busfahrer an seinem Bus herumwerkelt hatte jetzt für mich nicht so einen großen Mehrwert oder nicht so einen großen Effekt gehabt wie es vielleicht die Geschichte von zum Beispiel einer Frau gehabt hätte ja das fand ich halt auch schade weil der Film ist langsam ja das kann ich nur akzeptieren aber es ist halt auch sehr repetitiv finde ich also ich habe mir hier zwei von fünf möglichen Schaufeln notiert weil also für meinen Geschmack war es einfach zu langatmig und ja man hat so ein bisschen also mir hat zu viel gefehlt mir fehlt die ganze weibliche Perspektive es wurde zu lange bestimmte Szenen ausgekostet und ich muss auch zugeben ich habe beim Anschauen irgendwie mich stellenweise echt gelangweilt und das ist für mich wenn ein Film anfängt mich langzuweilen ist das ein echt großes Minus für mich ich habe mich also gelangweilt habe ich mich eigentlich nicht ich fand die also bestimmte Sachen wie du auch gesagt hast die Perspektive der Frauen hat mir auch so ein bisschen gefehlt mir waren zum Beispiel die eine oder andere Szene habe ich mich gefragt okay warum hält man sich jetzt so lange auf aber allein dieses ja dieses mal hineinblicken und dann kann das meinetwegen auch mal dann lasse ich Schnee schippen aber einfach dieses dieses Einfangen von bestimmten Momenten aus eben dieser Stadt die ich eben so weiß ich nicht wie oft man das so in der Form zu Gesicht bekommt ich fand das okay aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit Punkte vergeben weil keine Ahnung irgendwie habe ich dann so das Gefühl bewerte ich jetzt die bewerte ich jetzt die filmische Umsetzung oder bewerte ich jetzt die die Umstände die es dort gibt und deswegen für mich wäre es ja vielleicht eine kleine Empfehlung für all die die eben mal in diesen Alltag mal blicken möchten für Interessierte vielleicht eine kleine Empfehlung für alle anderen die weiß ich nicht könnten sie auch damit schwer tun weil er eben auch wirklich sehr langsam ist und auch über 90 Minuten dann ja sich auch schon ein bisschen länger anfühlt ja das trifft sehr gut genau und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Telestamm-Tisch ich sage tschüss ich auch bis dann tschüss wir besprechen heute für euch den Film Madison ungebremste Girl Power wie der schöne deutsche Untertitel dazu ist Madison ist ein Drama oder eine Komödie geht 87 Minuten und ist am 16.09.2021 ins Kino gekommen ich habe den Film gar nicht gesehen ich bin der Timo sondern Britt-Marie hat ihn gesehen hallo Britt-Marie hallo was ist Madison genau ich habe Madison gesehen und ja es ist ein ich würde sagen Film eher gedacht vielleicht für junge erwachsene Teenager Kinderfilm ist vielleicht der falsche Begriff dafür und es geht um das 13-jährige Mädchen Madison die total Fahrradfahr begeistert ist also sie ist im Film zwar am Anfang noch 12 und fährt schon für den Deutschlandkader und zwar dieses klassische Straßen- und Bahnradfahren also wo es auf Geschwindigkeit und auf Zeit geht die Begeisterung dafür hat sie von ihrem Vater der eben Fahrradfahrprofi ist und brennt dafür lebt dafür schläft kaum trainiert die ganze Zeit zählt die Kalorien ist also ganz verrückt was das Ganze angeht dann geht aber leider bei einem Rennen was schief sie stürzt und hat dann hinterher auch noch eine Auseinandersetzung mit einer ihrer Mannschaftskameradinnen im Deutschlandkader und wird daraufhin suspendiert und der Trainer meint ja du bist zu jung also du musst erstmal noch ein bisschen emotionale Reife bekommen und ein bisschen fitter werden bevor wir dich halt in den Kader wirklich richtig aufnehmen können und da bekommt sie quasi eine Zwangspause auferlegt in dieser Zwangspause schleppt ihre Mutter sie in den Urlaub in die Berge und sagt Kind hier wir machen mal eine Auszeit davon ist Madison überhaupt gar nicht begeistert und sträubt sich und versucht irgendwie sich drum rum zu drücken und nimmt ihr Fahrrad auch mit in den Urlaub um da eben zu fahren im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus dass sie dort andere Jugendliche kennenlernt die wiederum begeistert sind von Mountain Tracking also sprich mit Mountain Bikes so Hindernisparcours und Bergwege abzufahren also mehr so Downhill mäßig und beginnt dann sich dafür zu begeistern und eben über diese Schiene dann zu sehen dass es eben noch was anderes im Leben gibt als vielleicht dieses ständige Trainieren 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 am Ende läuft das natürlich dann darauf hinaus wie es so ein klassischer Film halt so ein Kinderfilm oder so ein Jugendfilm halt hat die große Auseinandersetzung mit dem Vater also mit dem großen sportlichen Idol so ein bisschen auch die Moral von der Geschichte am Ende also ich habe jetzt schon relativ viel des Filmes wiedergegeben aber ich denke trotzdem dass man sich den immer noch schön anschauen kann ich habe so zwei drei Fragen die ich mir in der Vorbereitung notiert habe wir haben ja Kim Strobl eine Drehbuchautorin und Regisseurin das ist hier Erstling merkt man es oder ist das schon vom Filmischen her okay gemacht ich finde man merkt es nicht das ist auch ein Aspekt der mir zum Beispiel aufgefallen ist beim Schauen ich finde der Film hat superschöne Cinematografie einfach sehr schöne Bilder was vielleicht auch ein bisschen daran liegt dass es natürlich in der Landschaft aufgenommen wurde so mit Bergen im Hintergrund und so weiter die natürlich sehr romantisch sind in irgendeiner Form was die Geschichte angeht nein ich finde es hat einen guten Rhythmus es hat Zug in der Geschichte also es wird nicht langweilig zwischendrin und die Schauspieler sind auch in der Lage das gut zu vermitteln vor allen Dingen eben auch die Hauptdarstellerin Phyllis Ahrens die Madison spielt positiv finde ich ja auch dass Madison gar nicht so eine super sympathische Figur ist also das hat man ja oft in so Kinderfilmen dann hat man eben die sympathische Hauptfigur und das Herz schlägt mit und in diesem Fall ist es aber so dass man Madison eigentlich am Anfang total doof findet weil die so verbissen ist und so mit ihrem Kopf nur Sport, Sport, Sport Ehrgeiz, Erfolg Wettbewerbe Gewinnen ist alles dass man sie irgendwie überhaupt nicht so als positive Figur wahrnimmt deswegen hast du auch eine Entwicklung im Charakter dann okay für so einen Kinderfilm ist es schon alles hat es alles sehr gut Hand und Fuß muss ich sagen du hast die zweite Frage auch schon beantwortet die wäre nämlich gewesen wie sich so die Kinderdarsteller schlagen weil ich vor kurzem auch einige Filme gesehen habe mit jungen Darstellern die mich eher weniger überzeugt haben aber da hast du gesagt gerade die Phyllis oder Phyllis Ahrens die da kann man das abnehmen ja und sie ist auch diejenige die wirklich hauptsächlich tatsächlich den Film trägt also es gibt natürlich noch ein paar andere Figuren ja die sind okay keiner von denen spielt schlecht definitiv nicht alle bringen eine solide Leistung aber wie gesagt die Hauptdarstellerin selber sehr gut und wen ich auch ganz gut noch fand waren tatsächlich ihre Eltern das ist zum einen Maxi Wawel als Katharina ihre Mutter und dann Florian Lukas als Timo ihr Vater und ich musste auch sagen den einzigen Schauspieler den ich in dem Film kannte tatsächlich war Florian Lukas der Rest war mir unbekannt aber die beiden geben dem Ganzen noch einen schönen Rahmen das funktioniert ganz gut das klingt auch gut dann bin ich ja mal gespannt auf deine Bewertung du hast den Film gesehen ich nicht deswegen schlag vor wie bewerten wir einen von fünf Rennrädern oder wie machen wir es ja also fünf am besten und eins natürlich am schlechtesten ich würde dem Film vier Rennräder geben es war ein ordentlicher Film ein bisschen besser als zufriedenstellendes Mittelmaß sagen wir mal und hat auf jeden Fall Spaß gemacht und da kann man schön mal anderthalb Stunden investieren auch als Erwachsener und sich das einfach angucken das klingt doch nach einem einladenden Kinonachmittag mit den jungen Erwachsenen oder mit kleinen Teenies ja dann haben wir es schon mit unserer Besprechung von Madison Britt-Marie ich danke dir dass du ihn für uns geschaut hast und eine Empfehlung aussprechen konntest dir gebühren die letzten Worte ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss Tschüss Viel Spaß beim Schauen Tschüss Ja grüß Sie alle miteinander an den Endgeräten wir sind heute bei der Besprechung zum Film Moskau einfach und damit beende ich auch diese furchtbar schlechte dialektische Imitation es ist nun mal ein Schweizer Film und wir sind nicht allein denn ich bin der Berg und mit dabei habe ich die Kathi Hallo grüß dich ich würde mal sagen wir haben hier den Film der eigentlich dieses Jahr in die Kinos kommen sollte mal gucken ob da nochmal irgendwas passiert oder wir werden es erfahren wenn diese Folge rauskommt ich erzähle schon mal was zu den Hard Facts des Films wie gesagt eine Schweizer Produktion aus dem Jahre 2020 geht 99 Minuten ist ein Film von Micha Lewinsky und hat in den Hauptrollen Philippe Graber und Miriam Stein und ist eine Produktion die sag ich mal als Komödie deklariert wird beschäftigt sich aber mit Warenbegebenheiten die in der Schweiz 1989 stattgefunden haben sollen so oder so ähnlich und zum Inhalt schalte ich einfach mal zu dir rüber also wie gesagt es spielt 1989 in der Schweiz und es ist eine Zeit wo es in der Schweiz eine Vorzugsstimmung gegeben hat zur Abschaffung der Armee und es geht um den Polizisten ich glaube das ist Viktor Schuller und der in dem Theater in dem Schauspielhaus dort wird Jonas und sein Veteraner aufgeführt und davor protestieren sie halt für die Abschaffung der Armee und er sieht da drin halt links radikale Propaganda sagt er glaube ich und will das halt ermitteln und sein Vorgesetzter der Polizeichef meinte aber nein hat genug gearbeitet er soll in den Urlaub gehen und meinte aber so ja sie suchen Statisten also wenn du dich da einschleusen willst dann geh halt durch die Hintertöse-Sagen rein und vielleicht kannst du dir was vielleicht findest du dir dort was und das macht er auch er wird dort als Statist eingeschleust er bekommt eine Geheimidentität halt dass er früher Matrose war und jetzt dort halt dass er sich als Statist probieren will und wird dort eben dieses Schauspielhaus eingeschleust und soll aufdecken was dort passiert und vor allem um eine Person geht es dort um die Odile von der er glaubt dass sie die Haupt ich sag jetzt mal Hauptbedrohung ist und wie es halt so kommen muss verliebt er sich natürlich in sie und was alles nicht so einfach ist weil ihr Vater der oberste Lehmann ist und halt ein sehr hohes Tier ist und sehr viel Macht hat und zur gleichen Zeit registriert die Polizei aber alle Schauspieler den sogenannten Fischen das wurde dann auch als Fischen-Skandal in der Schweiz bekannt wo die Behörden auch nicht immer gerechtmäßig ich glaube hunderttausende von Leuten einfach registriert haben und halt Karteikarten über die angelegt haben und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt dass das alles irgendwie öffentlich wird und eben dieser oberste Lehmann von ihm will dass er seine Tochter von Dummheiten abhält weil sonst wird das alles auf ihn zurückfallen was er bei dieser Operation gemacht hat weil die halt eigentlich nicht genehmigt war und dann kommt er halt irgendwie so drauf dass vielleicht alles doch nicht so läuft wie er sich gedacht hat und er vielleicht doch anders denken muss als er bis jetzt gedacht hat weil er halt immer dieser brave Polizist war der sich an alles gehalten hat und dass das vielleicht für ihn doch nicht der richtige Weg ist Alles klar da hast du ja schon relativ viel jetzt reingebracht das klamüsern wir jetzt mal ein bisschen auseinander noch wir haben also hier wie ich schon gesagt habe eigentlich eine deklarierte Komödie die sage ich mal für meine Begriffe sehr satirisch daherkommt und sich aber trotzdem ja dennoch mit einem ernsten Thema befasst wie schafft der Film deines Erachtens den Spagat zwischen diesen beiden Sachen? Ich finde es gibt also es ist keine klassische Komödie also dass du irgendwie eine Fiedlein eine Punchline hast und dort einfach den Witz so kriegst sondern es ist viel wie ich finde mit Bildern oder einfach mit Situationen die einfach in dem ganzen Kontext irgendwie komisch sind vor allem du hast diese zwei Welten von diesem regelkonformen Polizisten der sich nie was zu Schulden kommen hat lassen und von dieser Freidenker der Art der Welt und allein wie diese Welten aufeinanderprallen das ist per Definition einfach schon irgendwo komisch weil es einfach komplett verschiedene Ansichten sind und auch wie er seine neue Identität und so annimmt und dann irgendwie dort am Küchentisch sitzt und versucht sich Knotenbinden beizubringen weil er halt jetzt Matrose ist und das irgendwie sich denkt dass er das können muss und das finde ich irgendwie stärker von dem Film weil es ist einfach einfach aus der Situation heraus einfach komisch meistens obwohl es um ein erstes Thema geht und das ist sehr viel gelöst finde ich da stimme ich dir auf jeden Fall zu es geht mir eigentlich ähnlich dass ich mir dachte diese skurrilen Situation aufgrund der Verschiedenheit der Welten ist eigentlich das wo sich der der Witz eigentlich an dem Ganzen herauszieht und das wirkt finde ich halt einfach nicht so aufgesetzt als würde man jetzt irgendwie Szenen schreiben wo jetzt irgendwelche Gags drin sind wo jemand was lustiges sagt sondern es ist halt viel wie du sagst Situationskomik und das gefällt mir eigentlich auch gut jetzt müssen wir natürlich darauf zu sprechen kommen dass ja wir haben ja natürlich einen Schweizer Film und wie die Schweizer so sind bringen die da ihre Sprache rein wir haben also deutlich über die Hälfte der gesprochenen Sprache hier in Schweizerdeutsch und das ist untertitelt genetischer Art und Weise ansonsten hätte man wahrscheinlich kaum eine Chance das richtig verstehen zu können da es ja wirklich sich nicht Mühe gibt irgendwie verständlich dem Hochdeutsch irgendwie nahe zu kommen wie hast du das empfunden war es für dich eher störend oder hat es dazu beigetragen dass es authentischer wird also ich komme aus Österreich und das ist vielleicht dann nicht ganz so schlimm also ich habe auch sehr viel eigentlich so verstanden und ich finde es ist ein Schweizer Filmespiel in der Schweiz sollten sie nicht ihre Sprache reden also stören finde ich das überhaupt nicht und wie gesagt es gibt Untertitel also finde ich das total okay also ich kam damit auch gut zurecht und ich fand auch tatsächlich dass dass dem Film auch so ein bisschen eine Lockerheit gegeben hat weil es einfach auch natürlich in der Schweiz spielt und dementsprechend auch diese diese für sage ich mal Deutsche die das Deutsch kennen eine Sprache ist die so ein bisschen lustig auch einfach klingt einfach weil man es nicht versteht es ist irgendwie es hat was Kauziges was Uriges irgendwie und deswegen fand ich dass das ganz gut rüberkommt ja und vor allem du hast ja dann den Regisseur der ja zum Beispiel Deutscher ist und der spricht dann halt logischerweise im Hochdeutsch und so ist auch diese Differenz und so nochmal gegeben das fand ich eigentlich schon ganz ziemlich cool das stimmt denn die Krux ist ja dass vor allen Dingen auf diese Theatergruppe ja aufmerksam wird weil der Regisseur der das Ganze inszeniert kommt ja aus der DDR was ja sozusagen die gegensätzliche Ideologie dessen ist was da in der Schweiz eben gerade so vorherrscht und überwacht wird und dementsprechend da dass der Dorn im Auge ist wo sich es eben vor allen Dingen lohnt da man genau einen Blick zu werfen du sagst es er wird eingeschleust mit einer fremden Identität und jetzt gehen wir einfach mal da drauf ein das ist ja eine größere Theatergruppe freidenkende Menschen es sind ja auch viele Nebenfiguren mit am Start ähnlich auch wie der Regisseur selbst der auch ja so eine gewisse sag ich mal sehr einzigartige Art und Weise hat mit den Leuten umzugehen wie fandst du das in den Nebenrollen besetzt also ich fand also alle Schauspieler ich finde die haben das alle super überbracht was sie also ich fand diesen Radiomoderator der war eigentlich mein Highlight den fand ich mega auch wie er dann diesen es gibt dann später im Film eine Szene mit ihm dass er halt keinen Job findet und so das fand ich den fand ich echt gut und auch sonst also den der was seinen Statisten Kollegen spielt und so die waren die waren alles super das hat so Spaß mit denen zuzuschauen dabei jo auf jeden Fall wir haben natürlich auch dann verschiedene Verwicklungen die wollen wir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen das ist natürlich dann interessant wenn man den Film schaut aber trotzdem ist es eine klassische Story die sag ich mal von Anfang an schon so ein bisschen vorgezeichnet ist wie sehr kommt man denn damit klar dass der Film sich natürlich auch normalen sag ich mal Liebes Romanzen Klischees bedient ja das ist also ich meine die Story rundherum passiert ja einigermaßen auf wahren Ereignissen auch mit dem Fall Cop und so ich habe dann ein bisschen eingelesen da weil ich es interessant fand und das ist ja alles so passiert und diese Liebesgeschichte ja die trägt halt ein bisschen zum Charakter von dem Polizisten bei dass er sich halt dann irgendwie zwischen dieser Welt entscheiden muss ist halt klischeehaft aber fand ich jetzt auch nicht also es gab schon viele wo ich das irgendwie störender fand wenn so eine Liebesgeschichte dabei war ja ich denke schon also es ist so dass man sich daran entlanghangelt man weiß natürlich worauf so das hinausläuft dass er sich verliebt und dass er dann vielleicht doch seine Meinung ändert und so weiter das ist von vornherein klar aber es geht eben ja auch nicht da drum sondern es geht prinzipiell auch da drum diese Geschichte die dann wirklich so gewesen ist zu vermitteln die also diese Geheimpolizei mit den Fischen die da angelegt werden über Leute die sag ich mal nicht so system konform sind das ist ja eigentlich die ernste Thematik die dem Film zugrunde liegt wie findest du das vermittelt also ich muss sagen wie gesagt ich hab ein bisschen eingelesen ich hab auch gelesen dass es über den Regisseur selber solche also so eine Fische gab und deswegen fand ich es auch interessant dass er das halt als Komödie umgesetzt hat aber er hat es ja mit Erfahrung gemacht also wir das am besten wissen und wie gesagt ich hab mich nachher dann daran eingelesen einfach weil das Interesse bei mir geweckt worden ist und das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich wenn man sich danach so denken und was stimmt jetzt wirklich und wie war das wirklich und ich muss sagen ich hab so durch den Film aber auch eigentlich schon viel mitbekommen was so die Problematiken war und dass das alles nicht ganz so legal war was die da gemacht haben ja und das ist glaube ich einfach auch das wo man sagen muss wenn das das Anliegen des Films war und der Regisseur selber sogar so einen Hintergrund hat dann hat er glaube ich vieles richtig gemacht in der Hinsicht und wenn du nicht nochmal irgendeinen Aspekt hast können wir so langsam auch zum Teil ich wollte noch sagen dass ich er dauert zwar nur 99 Minuten aber es sind mir auch nicht wie 99 Minuten vorkommen also ich fand es sehr kurzweilig was immer gut ist und ich fand die Musik sehr gut die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben ich weiß nicht was dir der Gang ist ja natürlich dann auch so typische Revoluta Songs so ein bisschen mit drin was natürlich auch da verpönt war ist natürlich bei so einem Film ein probates Mittel wir kennen das aus ähnlichen Filmen die sag ich mal so nostalgisch sozusagen sind alles was so mit der DDR ist da ist ja auch gerne im Soundtrack mal so ein bisschen was rebellisches rockigeres das bringt natürlich so einen frischen jugendlichen Wind auch rein genau also wir sagen mal jetzt einfach wie wir so insgesamt den Film fanden was gut war was schlecht war wer den Film am besten guckt und vergeben ganz üblich hier 0 bis 5 ich würde sagen abrasierte Schnurr finde ich gut ich fange mal an also wie gesagt er hat mir sehr gut gefallen er hat Interesse bei mir geweckt obwohl es keine Dokumentation war was immer sehr löblich ist ich fand den Humor und die Satire wie sie umsetzt worden ist sehr gut ich habe oft gejagt auch manchmal trocken weil es halt manchmal echt einfach die Situation die einfach saukomisch ist und jeder der irgendwie Freude an Satire oder an Kommunen oder irgendwie daran geschichtlich interessiert ist kann den Film auf jeden Fall ohne Probleme schauen und der dauert ja auch nur knapp eineinhalb Stunden also auf jeden Fall die Zeit wert und ich gebe ihm 4 von 5 abrasierten Schnauzern na wunderbar ich kann mich im Großen und Ganzen total anschließen mir hat der Film einfach Spaß gemacht wie du schon gesagt hast total unterhaltsam die Schauspieler kennt man jetzt nicht so breit gefächert das ist schon ein bisschen was Spezielleres dadurch wirkt es aber auch irgendwie unverbraucht und frisch man steckt die nicht in irgendwelche Schubladen was glaube ich einfach hier ganz wichtig ist wer also gerne mal so einen Film sieht der authentisch so ein so ein Zeitdokument ist quasi und auf reale Begebenheiten aufmerksam macht die in der Vergangenheit abgelaufen sind der ist ja absolut gut aufgehoben glaube ich mir hat vor allen Dingen gefallen dass man sich satirisch genähert hat dem Thema dass es einfach nicht total ernst und trocken war sondern einfach durch dieses Aufeinanderprallen der Welten so lustig frisch dahergekommen ist ohne zu künstlich witzig sein zu wollen und deswegen schließe ich mich an ich nehme auch vier abrasierte Schnauzer weil mir das gut gefallen hat und an der Stelle sind wir eigentlich durch ich bedanke mich bei dir bedanke mich bei den Zuhörern wir sind das nächste Mal wieder am Start schaltet wieder beim Tele-Stammtisch ein und schaut euch Moskau einfach an ciao ciao tschüss willkommen zur Besprechung des französischen Films Operation Portugal von Frank Simiere Simiere der am 23.09.2021 in den deutschen Kinos startet mit mir operiert heute Theresia hallo hallo Paul und zum Glück operieren wir hier keine Menschen sondern arbeiten uns heute an diesem tollen Filmstück ab ja Theresia ja worum geht es in Operation Portugal in dem Film geht es hauptsächlich um den ja ich würde mal sagen Streifenpolizisten Hakim er ist marokkanischer Herkunft lebt mit 35 auch noch bei seiner Mutter und er liebt seinen Job aber er ist auch würde ich mal sagen sehr ungeschickt und tollpatschig und nicht unbedingt bei seinen Vorgesetzten sehr beliebt aber wegen seiner Ähnlichkeit zu einem Verdächtigen soll er in eine portugiesische Familie eingeschleust werden und muss jetzt quasi innerhalb kurzer Zeit auf portugiesisch getrimmt werden und die Familie bei der er sich eben einfließen soll die wird eben verdächtigt auf ihrer Baustelle mit irgendeinem drogenversetzten Zement quasi zu handeln oder zu dealen und soll da jetzt eben herausfinden was Sache ist genau das Ganze ist eine Komödie eine französische Komödie also die die Lachmuskeln mal so richtig in Schwung bringen soll und ich glaube ich kann es jetzt schon vorneweg sagen und auch vielleicht für dich sprechen dass dieser Film das nicht geschafft hat nee leider hat er das bei mir nicht geschafft nein bei mir auch nicht das Ganze also natürlich können wir jetzt hier vorneweg schieben so gerade das Genre Komödie ist natürlich subjektiv wenn jemand was lustig findet ja dann kann er auch mit diesem Film hier Spaß haben aber es gibt hier auch darüber hinaus also mal abgesehen von diesem Humor hier so ein paar Dinge ach die weiß ich nicht also muss das bei so einem Film heute noch sein aber wir fangen mal an der Film eröffnet mit einer Sequenz in dem unser Hakim ist jetzt ein kleiner Spoiler in einem Kühlwagen eingeschlossen wird und sich dann dort den Weg frei pinkeln will und mit seinem besten Stück dann an der vereisten Wagentür fest vereist und ich sag mal so so viel höher wird das Niveau in diesem Film nicht ja das stimmt leider also ich hatte mir aus dem Trailer auch noch etwas mehr Humor erhofft aber es waren halt im gesamten Film über eben keine Witze die sich mehr als Schenkelklopfer eben erweist haben also es war jetzt nichts dabei wo ich mal herzhaft habe lachen müssen das meiste ist eben ja Slapstick den man vielleicht auch schon so einmal zu oft gesehen hat oder es sind halt dann auch solche Witze in Anführungszeichen die eben so lange ausgewalzt werden obwohl sie irgendwie schon beim ersten Mal jetzt nur so semi-amüsant waren oder es gibt hier zum Beispiel Nebenfiguren ich glaube das waren zwei Polizisten rund um Interpol die immer mal eingeblendet werden und dann was also was keine Ahnung gewollt lustiges machen was aber eigentlich nicht lustig ist und so schleppt man sich hier durch ich weiß gar nicht wie lange der geht 90 Minuten vielleicht ja das ist jetzt nicht mal lang aber in diesem Film schon ja es war halt auch so also man hätte auch finde ich mehr daraus machen können klar ist die Erfindung jetzt nicht neu dass sich jemand irgendwo anders einschleusen muss und eigentlich mit der Kultur oder mit der Sprache eben überhaupt nichts zu tun hat und es da halt immer wieder eben Auffälligkeiten gibt eben jetzt in dem Sinne er ist ja eben marokkanischer Herkunft also trinkt er zum Beispiel kein Alkohol oder isst auch kein Schweinefleisch und dann wird ihm halt immer irgendwie Wurst Fleisch und Alkohol angeboten wenn er sich aufregt verfällt er wieder in die arabische Sprache und jeder wusste sich worum er Arabisch spricht aber es ist trotzdem nichts was dann ja habe ich schon in besserer Gestalt gesehen diese Art von Humor definitiv der tanzt hier auch auf Stereotypen und Klischees herum ja gut mein Gott kann man machen in der Komödie aber so selber also wenn es dann so um das eigene wenn es dann so um die Franzosen oder so selber geht dann ist man eher da so ein bisschen da macht man nicht so viele Witze drüber aber auf die anderen da kann man ruhig so ein bisschen draufhauen sag ich mal dann also es wirkte auch so viel irgendwie so komplett uninspiriert und halt auch irgendwie substanzlos also da steckte jetzt nicht noch irgendwas so wirklich dahinter ja es war halt noch sie haben es dann versucht dann etwas auch ernsthafter zu werden indem sie dann immer so die Rolle von der Julia glaube ich hieß sie die eben da auf dem Bau arbeitet und halt im Grunde gehofft hat dass sie jetzt da der Vorarbeiter oder halt der Bauherr quasi wird und es wird ihr halt quasi eben unser Hakim vorgesetzt und eigentlich quasi wollte sie sich ja als Frau hier etablieren also das hat man irgendwie auch noch versucht aber halt auch nur so halbherzig wieder umgesetzt wobei ich da sagen muss gerade die Frauen hier in Operation Portugal die sind eigentlich die die zeigen wo es lang geht und die sind die werden jetzt nicht ganz so dümmlich und ganz so unerträglich anstrengend dargestellt wie es jetzt die männlichen Personen sind ja was ich halt auch ein bisschen lächerlich finde ich weiß nicht ob man das jetzt unbedingt gebraucht hätte es gab so mir ist es nur zweimal aufgefallen bei der Oma von der Julia dass die dass die immer so ein anscheinvoller von Darth Vader irgendwie so mitgeschwungen ist da kam also wurde immer so unterschwellig das Thema von Darth Vader auch angespült und das fand ich irgendwie halt auch komplett unnötig ja ich weiß auch gar nicht was man noch viel über diesen Film verlieren soll wie gesagt es ist eine Komödie wenn euch dieser Humor ich hab's jetzt am ehesten ich hab jetzt nicht viele Filme von Adam Sandler gesehen aber alles was ich von Adam Sandler gesehen hab das geht auch in die Richtung also ich würde halt sagen also ich kenne schon Adam Sandler Filme aber es schwingt so in diese würde ich sagen schlechten Adam Sandler Humor hinein also ich gibt es gibt auch es gibt gute Filme von ihm aber das gehört eher auch mit in die Riege von den schlechten ne also recht viel mehr kann ich jetzt zu dem Film auch nicht sagen sehr gut ja dann mach einfach ein kurzes Fazit und dann kannst du noch ich weiß nicht Bauhelme oder so vergeben okay ja es ist ja leider ist es eben eine Komödie die halt nicht meinen Humor getroffen hat vielleicht hat jemand anders sehr viel Spaß damit das würde ich eben dann auch gerne wünschen dass ich den Film ansieht ansonsten wie gesagt der Humor war nicht wirklich der meine auch die Story fand ich jetzt nicht so fesselnd oder packend und auch nicht wesentlich spannend von daher würde ich jetzt nur eineinhalb von fünf Bauhelmen vergeben ja ich schließe mich da fast an ich gebe aber nur einen von fünf Punkten also es ist auch nicht mein Humor ich finde dieser Film der zieht sich wirklich sowas von in die Länge der hat der reiht einfach einen uneleganten Humorbeitrag an den nächsten der hat nicht wirklich ein Gespür für irgendwelches Timing für irgendwelche Witze die ja dann gibt es noch die überdrüssigen Romanzen und dann eben noch so paar Rührseligkeiten also nee ja es ist gar nicht mein Ding falls es euer Humor ist falls ihr eben dieser Art des Humors aufgeschlossen gegenübersteht dann schaut gerne rein aber alle anderen werden hier wenig Spaß in diesen 90 Minuten haben gut danke gerade ja danke Theresia trotzdem für diese Besprechung gern geschehen und bis zum nächsten Mal genau tschüss willkommen beim Tele-Stammtisch Leute ich bin Lida und lade euch ein zu einer Partie Filmkritik Stefan Zweigs bekanntester Roman kommt neu verfilmt am 23. September in die Kinos die deutsch-österreichische Co-Produktion wurde inszeniert von Philipp Stölzel der offenbar nur wenig Interesse hatte an der Schachnovelle darum hat er die Hälfte der Charaktere aus dem Roman mal eben rausgestrichen und sich dafür neue ausgedacht wie zum Beispiel den Nazi-Handlanger Böhm der Hauptcharakter Bartok für Monate in ein Hotelzimmer in Isolierhaft steckt oder die Gatten Bartoks gespielt von der an sich immer großartigen Minichmeier die hier aber leider nur ein paar Sex-Szenen zu liefern hat wenn ihr jetzt sagt Moment mal es geht doch um Schach bei Zweig und um gesellschaftliche Metaphern genau das tut es und davon sehen wir nichts dafür sehen wir Folter-Szenen und die denkbar simple Interpretation des Spiels als Duell zweier willen wer wäre darauf gekommen Niemand denkt sich offenbar Stölzl und erklärt es deswegen noch was er nicht genau erklärt ist warum er hier den Titel eines Romans verwendet wenn er gar kein Interesse hat da ein psychologisches Drama wie es denn das Buch vorgibt überhaupt zu inszenieren und sich dann was fast schon auffällig ist sogar die ganzen Gegenwartsbezüge die sich quasi aufdrängen noch hinaus streicht denn worum geht es im Prinzip im Roman um die Kernfrage nämlich können wir Traumata verwinden und wenn wir sie nicht verwinden können wie leben wir damit es geht darum die Frage was in unserer Gesellschaft dominanter ist brutaler starker opportunistischer Populismus oder ein eher labiler Intellektualismus der sich aber nur in einem bürgerlichen Milieu bewegt ihr seht hier sind also viele Themen die durchaus in der gegenwärtigen politischen Situation Relevanz hätten aber der Regisseur traut sich da nicht nur nicht ran er will es gar nicht er will einfach nur einen Unterhaltungsfilm machen das aber eine ziemlich zynische Angelegenheit wird denn wirklich unterhaltsam ist der Stoff nicht die CGI Effekte die zur Inszenierung verwendet werden sind miserabel die Kostüme großartig und die Kulissen sind schön aber mit den dummen Sprüchen die Romanen nicht standen wird das Ganze einfach zu einem ungeheuer platten Werk das letztendlich schmerzlich anzusehen ist gerade für die 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 Differenziertheit und Zurückhaltung der Vorlage schätzen also schachmatt für dieses Werk das das Original nur noch als Stichwortgeber nutzt als Fernsehspiel hätte der Film vielleicht noch gereicht aber für die große Leinwand ist das einfach zu klein und vor allem zu kleingeistig wenn ihr wissen wollt was es sich anzuschauen lohnt dann bleibt einfach dran hier beim Tele-Stammtisch ich bin Lida und verabschiede mich von euch macht's gut selbst wer kein True Crime Fan ist hat den Namen Ted Bundy sicherlich schon mal gehört nein ich rede nicht von Ted Bundy wir reden von Ted Bundy einem ziemlich charismatischen Serienmörder und der hat jetzt mal wieder einen Film bekommen quasi einen Film über ihn mit ihm wie auch man das sehen will dieser Film heißt No Man of God und den haben wir das heißt der gute Nico einen wunderschönen guten Tag guten Tag Kenny und meine Wenigkeit gesehen jetzt vorab und wir wollen darüber jetzt ein bisschen reden möchtest du mal zusammenfassen worum es in diesem Film geht es geht in Ted Bundy No Man of God um eine Reihe von Interviews die ein FBI Agent in den 80er Jahren geführt hat und das auch aufgrund von den Transkripten die da erstellt wurden und auch aus der Erinnerung von ihm und es zeigt so ein bisschen die mir diesen Kampf zwischen Ted Bundy und diesem FBI Agenten wie man wie man in seinen Kopf reinkommt oder was er ja was er es ist schwer zu sagen wie er damit umgeht oder warum er das gemacht hat und der eigentliche Grund warum er da hingeht dieser FBI Agent ist dass eine Abteilung aufgemacht wird im FBI was das moderne Profiling sozusagen als Grundstein hat also dieses was kann ich tun oder wie kann ich etwas erkennen bei einem Menschen der potenziell zu einem Serienmörder oder zu einem Vergewaltiger wird also das ist so eine Geschichte darüber wie das alles so ein bisschen aufgebaut wird und Ted Bundy ist da einer der da im Mittelpunkt steht weil der sich zu niemanden geäußert hat und auch damals noch das alles abgestritten hat was ihm vorgeworfen wurde und er dieser FBI Agent soll jetzt ihm ein Geständnis entlocken ja gut und einfach grob zusammengefasst sehr gut tatsächlich geht es in dem Film eigentlich nicht direkt um Ted Bundy sondern es ist eigentlich ein Biopic also eine Biografie über diesen FBI Agenten Bill Hagmeier und wie du schon gesagt hast es geht um das Thema Profiling denn damals hat das FBI eine Profiling Abteilung eingeführt und die ersten fünf Profiler sind quasi damals gegründet worden einer von diesen fünf ist dieser tolle Bill Hagmeier und der hat die tolle Ehre bekommen den Ted Bundy zu interviewen was eigentlich niemand wollte genau so und ja dann geht er in den Knast und alle sagen zu ihm ach ja du kriegst eh keine Informationen aus dem raus aber schafft es dann doch ich meine es ist kein Geheimnis das ist ja nun schon wie lange ist das ja über 30 Jahre er ist fünf Monate von meiner Geburt wurde er getötet im Knast also 1989 war das damals ja ich bin froh dass ich nicht zu seinen Lebzeiten gelebt habe es ist eine Welt ohne ihn ist glaube ich besser aber das ist eine andere Geschichte aber es geht wie gesagt nicht hauptsächlich um Ted Bundy auch wenn da natürlich viel zu sehen ist in diesem Film es geht wirklich hauptsächlich um diesen Bill Hagmeier man erfährt auch ein bisschen was über seine Familie so ein bisschen hat ein Kind und bla bla aber es bezieht sich hauptsächlich um ihn und um die Gespräche mit Ted Bundy im Gefängnis dabei hat der Film auch nicht gerade viele Kulissen also es gibt gerade mal diesen einen Verhörraum dort im Gefängnis wo er die ganze Zeit mit ihm sitzt und da mit ihm redet dann gibt es noch ein paar Szenen wo er im Auto durch die Stadt fährt dann gibt es noch ein paar Szenen in einem größeren Raum im Gefängnis wo später so ein Fernsehinterview geführt wird und dann halt vielleicht so ein FBI Büro ja das war's also es gibt da nicht viel groß viele Szenen so ein Kram sondern es ist wirklich über 60 Minuten des Films von den einer Stunde und 40 also 100 Minuten sind in dieser sind in diesem Interviewraum und da hatten halt diese diese Unterhaltungen von Ted Bundy und ich muss sagen Ted Bundy gespielt von Luke Kirby und Bill Hackmeyer der FBI Agent gespielt von Elijah Wood den muss ich nicht erklären oder das ist Frodo hallo ich kannte den nicht nein Spaß auf jeden Fall sehr sehr guter Mann sehr erfahrener Schauspieler und der hat das wirklich sehr gut gemacht wie fandest du die Leistung von den beiden also Elijah Wood braucht man wahrscheinlich nicht so viel zu sagen das war sehr sehr gut Luke Kirby fand ich auch ziemlich gut also wenn man sich mal so Videos anschaut wie Ted Bundy sich wirklich gegeben hat wie er gesprochen hat wie er mit Leuten gesprochen hat das ist ja eine sehr sehr gute Leistung finde ich ja tatsächlich gibt es ja sehr viele Filmaufnahmen und Fernsehaufnahmen von Ted Bundy der war ja ziemlich öfft vor der Kamera und ich weiß nicht hast du noch andere Sachen Filme gesehen über das Thema Ted Bundy zum Beispiel diese Ted Bundy Tapes diese Doku auf Netflix oder zum Beispiel hier Extremely Shockingly Evil und Vile hier mit dem jungen Schauspieler vor zwei Jahren kam der raus ich glaube du weißt was ich meine oder hast du den auch gesehen ich habe die Ted Bundy Doku gesehen was ich aber viel mehr oder was mir viel mehr in den Kopf kam als ich den Film jetzt gesehen habe war Mindhunter die Serie auf Netflix wir hatten ja kurz vorher schon drüber gesprochen das geht ganz genau darum was auch jetzt in dem Film gezeigt wird um diese Organisation Organisationen vom FBI diese Profiling Organisationen da werden etliche Serienkiller interviewt und ich meine auch Ted Bundy und das ist also wirklich wenn man diesen Film mag dann kann man sich ganz viel noch anschauen beim Mindhunter das ist nämlich genau das gleiche wird genauso gedreht auch nur ein Raum zwei FBI Agents unterhalten sich da mit einem Serienkiller und versuchen da so ein paar Sachen rauszufinden und das hat mich sehr sehr stark daran erinnert hat mich auch gefreut weil ich Mindhunter super gut fand und also es wird man sagt ja immer das moderne Kino ganz viele Schnitte ganz schnelle Schnitte und so lange Einstellungen machen machen die machen die Zuschauer müde und das fand ich aber gerade nicht weil es auch wirklich also es hat einen ganz schön gefesselt wenn die da sich so einen Schlagabtausch gegeben haben also verbal natürlich du klebst förmlich an deren Lippen auf jeden Fall auf jeden Fall das kann zum einen an den charismatischen Schauspielern liegen aber natürlich auch was worüber die sprechen also es ist natürlich nichts Alltägliches und am Ende gibt es eine Szene da da dachte ich echt so alter das ist also du brauchst nicht mal Bilder um dir das also wirklich diese Fantasie die da Ted Bundy dem dem Agent da sozusagen vorspricht das ist echt krass gewesen ja also wie gesagt der Hauptfokus in diesem Film liegt auf Konversationen da passiert wirklich nicht viel da gibt es keine großen Action-Szenen da gibt es nicht viel drumherum es geht hauptsächlich um die Konversation zwischen Ted Bundy und dem FBI-Agenten und das ist so ein richtiger Charakterfilm da lädt von diesen beiden Schauspielern deswegen erwähne ich jetzt auch keine anderen daneben bei es gibt natürlich FBI-Kollegen und Gefängnismitarbeiter auch ein paar Fernsehunterview-Leute und so ein Kram aber es geht wirklich hauptsächlich um diese beiden und das haben die richtig gut gemacht auf jeden Fall ich finde der Lou Kirby hat den besten Ted Bundy den ich je gesehen habe von allen gesehen finde ich ja natürlich kenne ich Ted Bundy nicht persönlich aber ich würde sagen das wirkt sehr authentisch Elijah Wood hat das mega gut gemacht der hat das einfach voll drauf an denen seinen Lippen und an denen seine Augen an denen seine Augen an denen seine Augen das ist krass echt verrückt und das alles ist dieser Film also erwartet nicht zu viel es ist wirklich ein reiner Charakterfilm mit viel Konversation also wer konversationsreiche Filme mag kommt hier auf seine Kosten wem das vielleicht zu langweilig sein könnte der sollte vielleicht die Finger davon lassen wenn das nur Gerede ist wenn das einem langweilen sollte dann weg davon kommen wir mal zur Bewertung wie viele Punkte würdest du geben von 1 bis 5 4 Punkte ganz klar 4 Punkte sehr gut da sind wir auf einem ziemlich gleichen Niveau ich habe auch 4 ich war es so ein bisschen so zwischen 3,5 und 4 aber ich finde es einfach charaktermäßig schauspielermäßig ist es richtig gut gemacht auf jeden Fall aber wie gesagt es ist wirklich nur was für Leute die wirklich Bock haben auf dieses Thema allgemein es gibt ja mittlerweile viele Filme und Serien und so ein Kram über Ted Bundy von daher ist das nur für jemanden der wirklich in diesem Thema drinsteht der das wirklich mag ansonsten nicht vielleicht was für jeden aber wirklich sehr gut gespielt das denke ich auch auf jeden Fall guti glaube ich sagen sind wir hier durch ich danke dir für deine Zeit danke dir auch ich sage euch einmal tschüss bis zum nächsten Mal bis dann ciao hallo läuft es nicht gut ihr langjähriger Freund hat sich von ihr getrennt in der Familie läuft es auch nicht gut denn die Eltern wollen sich trennen die Schwester hat sich zwar verlobt aber wie gesagt die Eltern wollen getrennte Wege gehen und ihre künstlerische Laufbahn ist auch nicht so pralle also sie kriegt da relativ schlechte Kritiken auf ihre Kunst kriegt aber trotzdem das Angebot für ein Stipendium ein Kunststipendium ein Kunststipendium in Norwegen und dadurch dass es ihr halt eben gerade in ich glaube New York ist die Stadt wo sie wohnt nicht so gut gefällt weil sie jetzt auch mit ihrem grummeligen Vater irgendwie einziehen muss in so ein kleines Studio er ist nämlich auch so eine Art Künstler er zeichnet für medizinische Zeitschriften immer so Geschichten aber er ist halt einfach ein bisschen super unangenehm und in diesem kleinen Studio ist es auch nicht so toll deswegen reißt sie halt einfach aus von diesem ganzen blöden Alltag um in der Idylle im Norden von Norwegen auf einer kleinen Insel da ein ja so eine Art Kunstprojekt zu betreuen da soll so eine Hütte gelb gemalt werden genau und diese diese Gelegenheit packt sie am Schopf einfach mal auszubrechen kann man sagen und auf dieser Insel trifft sie dann auch noch diverse Gestalten erstmal diesen Künstler der dieses Kunstprojekt hauptsächlich betreut und dann noch andere Leute auf die wir bestimmt noch in der Gesprächung eingehen aber ich glaube mal so ganz grob die Prämisse ist somit zusammengefasst hoffe ich ja es ist eine ganz ja einfache beziehungsweise so kennt man einfach ne die Geschichte es ist einfach eine junge Frau beziehungsweise ein junger Mensch ist in seinem ihrem Leben irgendwie an einem Punkt angekommen wo es halt nicht weiter geht dann brechen sie aus gehen irgendwo hin und kommen dann irgendwann zurück wieder in ihr Leben sozusagen und sind total verändert das ist so ungefähr die Geschichte yes ich verteile jetzt mal einfach Lob an euch beide das habt ihr beide herausragend gut beschrieben was man ja noch zu dem Film sagen könnte also jetzt abgesehen von der Handlung so ein paar Fakten also der hat wohl auf dem Sundance Film Festival 2019 Premiere gefeiert ist eine Romanadaption und die die Autorin des Buchs hat dann auch hier das Drehbuch geschrieben sie heißt Rebecca Dinerstein genau Buch habe ich leider nicht gelesen soll ganz toll sein also ich habe ein paar Interviews noch vom Sundance gesehen wo der Cast so ein bisschen über auch die Entstehungsgeschichte erzählt und so klang alles ganz nett aber zurück zum Film was ich noch erwähnen möchte ist der Regisseur das ist nämlich David Wendt das ist ein Deutscher der zuvor das Nazi-Drama Kriegerin dann den berüchtigten Feuchtgebiete und zuletzt diese Hitler-Satire er ist wieder da inszeniert und hat sich jetzt hier zum allerersten Mal auf internationales Terrain getraut und der Cast lässt sich durchaus sehen wir haben halt in der Hauptrolle Jenny Slate wir haben aber auch noch Gillian Anderson in der kleinen Rolle und der aus Hangover bekannte Zach Galifinakis das ist also schon durchaus prominenter Cast aber natürlich ganz vorne steht Jenny Slate kennt ihr die Dame es war auch der Grund warum ich den Film gucken wollte weil ich die so großartig finde der Grund bei mir war ich habe nur den ich kann sie nicht irgendwie so vom Gesicht her kam mir sie bekannt vor Alex Sharp zum Beispiel ist ja auch noch dabei die kannte ich auch nur vom Gesicht so ein bisschen außer Gillian Anderson und Zach Galifin wie man darüber ausspricht kannte ich jetzt keinen aber ich habe den Trailer gesehen und die war mir sofort sympathisch und irgendwie der restliche Cast und auch so die Optik des Films und auch die Prämisse so ein bisschen habe ich da schon ich habe den Trailer gesehen und da hatte ich Bock drauf ich weiß noch dass ich mich da relativ schnell für beworben habe in Anführungszeichen weil es sah gut aus sah amüsant sympathisch aber wo spielt denn diese gute Dame noch mit weil ich habe auch fand die super ich kenne dich zum Beispiel aus Parks and Recreation ja da spielt sie äh Mona Lisa glaube ich heißt sie genau ja Mona Lisa und sie ist halt die nervige Schwester von einem nervigen Charakter und das das macht sie einfach so großartig ich fand immer wenn die halt da zu sehen waren fand ich sie großartig aber sie hat auch ganz viel in so kleinen Indie Filmen mitgespielt aber auch ich sehe gerade hier sie war Harley Quinn im Lego Batman Film ich würde diesen Film ja auch irgendwie eher so als kleinen Indie Film bezeichnen ja und sie hat auch beim sehr kleinen Indie Film Venom mitgespielt ja ich kannte also ich habe sie kennengelernt durch ihre Tätigkeit bei Saturday Night Live und habe dann später auch so ein paar kleine Indie Filme gesehen und vor allem empfehlen möchte ich Obvious Child der ist wirklich ganz ganz großartig und wie bei Nina auch war sie eigentlich der Hauptgrund warum ich mich für diese Besprechung gemeldet habe und so viel kann ich vorausschicken also ich bin kein Fan des Films ich finde den auch nicht irgendwie furchtbar aber es gibt jetzt für mich keinen Grund ihre Darstellung hier zu kritisieren sie hat glaube ich schon so eine Art Rollentypus gefunden wo sie sich wohlfühlt und der auch perfekt zu ihr passt und den verkörpert sie ja wirklich herausragend gut allein in die erste Szene wenn halt ihre ihr Bild da von irgendwelchen was ist das Professoren oder Kunstkritikern begutachtet wird wie sie da einfach nur sitzt das ist allein das fand ich schon irgendwie amüsant aber auch halt tragisch also ich würde den Film schon als als Tragikomödie bezeichnen ja ich fand auch das Highlight war sie also irgendwie fand ich die so charmant und was ich jetzt auch schon dazu sagen kann ist dass der Film ja auch so ein bisschen schräg ist aber nicht so wie ich jetzt dachte also ich dachte dass die Charaktere und so weiter noch mehr also wenn wir auf der Insel sind gibt es ja dieses Wikinger Museum oder so wo dann eben Zach Galifanakis als Auswanderer da wohnt und ich dachte es wird ein bisschen schräger und ein bisschen absurder dass diese Charaktere halt wirklich skurriler sind aber das hält sich eigentlich in Grenzen ja das Problem ist finde ich dass diese Figuren einfach nichts machen ich glaube das ist das größte Problem dass diese Figuren einfach da sind so außer bei ihr ist es auch ein bisschen so also ich finde so zur Mitte des Films hin also ich mochte den Film sehr gerne bis zu dem Zeitpunkt wo sie das erste Mal glaube ich ausbricht und da aus dieser Scheune zu dem Wikinger Museum geht ab da ging es für mich in dem Film so ein bisschen bergab so auch vor allem mit den Figuren und so weiter der sie war fand ich auch super toll sie ist halt charmant und sympathisch und auch wenn sie halt unsympathische Dinge tut ist sie immer noch eine gute Hauptfigur finde ich und eine gute Hauptdarstellerin aber so ist es halt ich weiß also ich ich fand den Film dann irgendwann langweilig weil ich merke das immer wenn ich mehrmals zum Handy greife und das habe ich in den ersten vielleicht 20 30 Minuten kein einziges Mal getan und dann ging es halt los dass ich dann dachte ja ich fand auch den Anfang des Films also ich mochte zum Beispiel die Eltern und generell dieses Familien-Setting da der Vater der wird von David Paymer gespielt den fand ich zum Beispiel sehr sehr lustig irgendwie der hat ja so ein kleines leicht latentes Aggressionsproblem schon fast und so aber der ist dann ja relativ schnell weg vom Fenster also irgendwie auf der Insel selber hast du ja schon gesagt da passieren halt dann so Sachen und jetzt auch dieser Künstler-Mentor also ich fand da so Nuancen schon ganz spannend also ob der der ist ja so ein Einsiedler und der will dann ja so ein bisschen blütern ja so ein bisschen auf durch sie und verliebt sich dann so ein bisschen in sie vielleicht sogar und dann klappt das nicht und so aber es ist alles sehr ruhig und ja die machen nicht so viel und dann ist der auch also jeder von diesen Charakteren kommt gefühlt dann irgendwie so eigentlich nur fünf Minuten vor und so richtig viel erfahren über die tut man jetzt auch nicht nee aber auch diese diese Beziehung zwischen den beiden was du gerade angesprochen hast es ist auf einmal reden sie halt oder finden sie zusammen sozusagen sind am am Strand und trinken Wein zusammen und sie sagt ich bin sehr dankbar dass ich hier sein darf irgendwie ich das war irgendwie eine norwegische Redensart sagst du dann so im Sinne von ich bin dankbar dafür dass du da bist oder ich genieße es mit dir einfach zusammen zu sein irgendwie sowas und wirklich ich glaube das sind wirklich so fünf Minuten später streiten sie sich ich habe also diese Entwicklung auch hin zu dem wir akzeptieren einander aber dann brechen wir so bricht unsere Beziehung und dann zum Ende hin das war für mich einfach so schnell da kann ich mir vorstellen dass es halt im Buch halt viel länger dauert und dass es halt ein bisschen besser funktioniert oder funktionieren könnte ja und dann eben auch diese Konfrontation oder nenne ich es mal weil sie dann ja diesen Alex Sharp Charakter trifft der da zu Besuch ist weil er seinen Vater bestatten lassen will oder so und die haben dann ja auch so eine Art Verhältnis sag ich jetzt mal worauf dann dieser Künstlertyp auch ein bisschen eifersüchtig ist eventuell aber diese Beziehung sag ich jetzt mal oder die hatten finde ich jetzt auch keine große Connection also das habe ich nicht ganz verstanden also vielleicht war das nur weil das der einzige Mensch in ihrem Alter war auf der Insel oder so also keine Ahnung das fand ich auch relativ beiläufig und nicht groß interessant ich fand es zwar ganz schön wie sie dann da ja okay das geht schon fast in Spoiler rein aber so die Message dass sie halt mit sich selber dann im Reinen sein soll und nicht jetzt gleich in die nächste Beziehung schlittern will oder so waren nette Sachen drin ich fand den Film auch eigentlich schön vor allem schöne Bilder weil diese Landschaft da halt sehr schön ist also von der Cinematografie oder wie man es nennt fand hin sehr schön ich glaube ich habe den Film auch ein bisschen bin ich da ein bisschen gütiger sag ich jetzt mal weil ich danach halt nachdem ich ihn gesehen habe so Kritiken gesehen habe auch auf Rotten Tomatoes und bei YouTube Rezensionen wo es halt echt hieß das wäre der schlimmste Film des Jahres und so das konnte ich halt überhaupt nicht nachvollziehen also ich fand ihn auch nicht super aufregend und ich fand ihn auch nicht super clever oder auch nicht ja top aber als schlechten Film würde ich den auf keinen Fall bezeichnen nein also der fließt schon gemächlich vor sich hin ohne jetzt wirklich langatmig zu sein finde ich aber das ist kein Film den du dir angucken solltest wenn du jetzt Lust auf Bohai und Spektakel hast das ist ein ganz ruhiger auch kleiner und manchmal auch fast schon sehr intimer Film der für mich ein großes Problem hat das ist dass er immer wieder versucht so ins Absurde abzudriften gerade halt eben dieses Wikinger Museum und ich mag absurde Komödien und gerade in Skandinavien also die Skandinavier wissen wie man das macht aber die wissen diese Absurdität es war halt leider kein einziger Skandinavier beteiligt ja das stimmt das merkt man auch weil die Skandinavier diese Absurdität auch benutzen um die Geschichte ein bisschen voranzubringen und die Charaktere weiterzuentwickeln und hier in The Sunlit Night war es einfach so guck mal der ist einfach ein bisschen irre Punkt und das war mir dann auch zu wenig und ich habe nicht zu meinem Handy gegriffen während der Sichtung das lag aber einfach daran weil mein Handy in der Steckdose war zum Aufladen sonst hätte ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal mein Handy zurate gezogen ja ich habe auch den Fehler gemacht als ich noch dachte auch der Film ist ja ganz spannend ich gucke mal einfach mal wie der auf Letterbox bewertet ist und dann habe ich halt gesehen oh shit und vielleicht hat ich mich auch davon ein bisschen leiten lassen aber wirklich so ach nee also ich würde den auch ich mag Indie-Filme ich gucke die so total gern und auch dieses ein bisschen verrückte vielleicht ein bisschen also diese wirklich so diese Indie-Tragik-Komödien funktionieren eigentlich für mich immer aber hier hat es wirklich kaum funktioniert zumindest so ab der Hälfte und dann zum Ende hin wo sie halt wieder in New York ist fand ich auch okay aber so diese ganze Geschichte Geschichte um ich wollte sie schon Jenny nennen um Francis und Jascha war wirklich so ich verstehe nichts also ich wissen wir ich verstehe was es will aber es ist unfassbar nicht nachvollziehbar Tja ja ich glaube wir können zum Fazit kommen oder ja 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 ich spring mal gleich vor ich fand auch für und ich glaube auch dass die Erwartungshaltung halt bei vielen vielleicht da einen Strichdurchrechnung gemacht hat weil eben er war nicht so schräg wie ich auch dachte hat mich jetzt aber nicht groß gestört er war halt auch für eine Komödie jetzt nicht witzig genug sag ich mal für ein Drama nicht dramatisch genug aber ich mich hat irgendwie erstens natürlich die Performance oder halt dieser Charme von Jenny Slater so ein bisschen durchgetragen und halt die Optik so ein bisschen also ich fand irgendwie zum Beispiel allein schon diese gelbe Hütte schön das fand ich immer schön anzuschauen also ich habe ihn hier auf der Leinwand geguckt und war halt einfach immer drin weil mich diese Naturaufnahmen und so hat mich einfach irgendwie ein bisschen unterhalten aber ich gebe euch schon recht dass es halt eigentlich nicht tief geht also diese ganzen Charaktere die da auf der Insel rumhupfen die sind halt echt ein bisschen egal und auch wenn man halt erwartet dass Zach Gallia wie auch immer der heißt da ein Gag Feuerwerk zündet es passiert halt auch nicht aber ich fand den schön ich fand den nett ich würde ihm irgendwie so eine Mittelnote geben so eine 2,5 gelbe Hütten oder so also ich musste auch ein paar mal schmunzeln wie gesagt hauptsächlich bei dem Vater und die Message des Films am Ende war zwar auch vorhersehbar gibt wahrscheinlich zig solche Filme mit diesem Verlauf und dieser Message dann am Ende aber ich fand es nett ich fand es echt nett kann man sich schön anschauen ja also ich finde es gibt coolere bessere Filme mit dieser Idee mit diesem ja mit diesen Kernkomponenten für mich war auch Jenny Slate einfach die hat einfach das rausgerissen für mich diese Hütte am Ende fand ich auch sehr cool weil ich konnte mir nicht vorstellen wie das zu einem Kunstwerk werden könnte und am Ende dachte ich so ah ok ich verstehe was was der Künstler irgendwie da damit aus damit ja machen warum er das so machen wollte die Naturaufnahmen fand ich auch sehr schön aber so dann irgendwann auch hatte ich genug davon es gab dann eine Stelle wo es auf einmal so komisch wurde da hat da war der Film der Wikinger Film wo ich dort komplett rausgerissen war aber ja das war strange weil der war der war übertrieben gut gemacht für so ein Bauerntheater das war seltsam aber da musste ich schon ein bisschen schmunzeln naja ja ich auch aber es war halt immer so es gab diese Stellen wo man wo ich auch lachen musste wo sie halt auch zum Beispiel Leute mit Gemälden verglichen hat fand ich halt sehr lustig aber dann war es auch wieder so eine halbe Stunde nix davon das war für mich sehr unausgewogen in seinen Elementen ähm und vor allem die das Voice-Over wo sie halt einfach aus dem Off erzählt hat kam auch so manchmal ja manchmal nein und dann halt hatte sie eine andere Stimmlage so als im Film fand ich auch ein bisschen seltsam stimmt das hab ich ganz vergessen das ist mir auch aufgefallen also von manchen filmischen Kniffs fand ich es auch teilweise ein bisschen ja nicht amateurhaft aber irgendwie unstimmig also da dachte ich mir auch ist es jetzt von der Romanadaption übrig geblieben und vielleicht weiß halt auch die Frau die das erste Mal ein Drehbuch geschrieben hat auch hab ich in den Interviews gehört halt irgendwie vielleicht naja hättest du da halt einen echten Drehbuchautor hinsetzen sollen der das adaptiert also ja so ein paar Ungereimtheiten waren ja schon drin irgendwie über die ich aber aus dieser aus mehreren anderen Gründen so gönnerhaft hinwegsehen aber ich weiß nicht also ich glaube meine Bewertungen sind einfach immer ich bewerte immer sehr sehr hoch deswegen ich hätte auch oder ich habe dem Film auch eine 2,5 Sonnenhütten Bewertung gegeben aber ich fand den aber nicht so gut wie andere Indie Filme die halt in eine ähnliche Richtung gehen ja punktuell kann ich mich da komplett euch anschließen ich gebe auch 2,5 von 5 gelben Sonnenhütten war so ein im Prinzip so ein typischer der Weg zu mir selbst Film der halt hauptsächlich davon profitiert dass er eine tolle Hauptdarstellerin hat und einer der vielen Filme die ich halt verorten würde unter der Kategorie kann man sehen muss man nicht so ja ich finde es auch im Nachhinein ein bisschen schade ich hätte ihn lieber ich hätte ihn gerne noch mehr gemocht dass man halt so weil von der von der Optik und der Prämisse und eben wie wir schon alles gesagt haben wenn das jetzt so ein kleines Juwel gewesen wäre was so ein bisschen unerrande Art wird der Trailer ist einfach ja genau das wäre schön gewesen so falsche Werbung so ein bisschen wisst ihr was ein echtes Juwel ist diese Besprechung das auch und der Tele-Stammtisch und diesem Juwel könnt ihr da draußen gerne bei Spotify folgen und ihr könnt diesem Juwel auch gerne eine positive Wertung da lassen bevorzugt bei iTunes oder Apple Podcast heißt es ja heutzutage das war es von meiner Seite ich sage Tschüss dann darf der Andi Tschüss sagen und der Nina gebührt das letzte Wort ich sag auch einfach nur Tschüss von mir auch Tschüss und bis zum nächsten Mal Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Special zur Boys äh ne nochmal Konzentration Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Special hier in den Shots zum Boys Love Special der Anime Nights welches es voraussichtlich am 28. September 2021 in über 200 Kinos in Deutschland und Österreich zu sehen gibt ja das Anime-Special besteht aus zwei Filmen die wir hier jetzt in diesem kleinen Beitrag hier nacheinander kurz besprechen werden der erste Film heißt Ein Fremder am Strand und der zweite Film Twittering Birds Never Fly und der hat auch noch einen Untertitel aber egal ich bin der Paul und ich muss es zum Glück nicht alleine besprechen bei mir ist Sarah Hallo Hallo Du bist sehr gut drauf hast du dich gefreut auf die Besprechung Ich war gespannt was auf uns zukommt Ja es gibt ja es gilt ja mittlerweile als so ein kleiner interner Gag dass Sarah ein sehr glückliches Händchen dabei hat wenn es um ihre Filmauswahl geht und gern mal blind sich genau diese Filme rauspickt die dann ja etwas expliziter sind und das werden wir hier auch antreffen FSK 18 Hit richtig genau aber wir kommen erstmal zu dem ersten Film nämlich Ein Fremder am Strand der ist FSK 16 und der geht auch ich glaube eine Stunde oder so ja so 56 Minuten irgendwie genau also der ist nicht ganz so lang ist nicht ganz Spielfilmlänge Sarah kannst du uns kurz sagen worum es in diesem Film geht natürlich in diesem Film geht es um Shun der auf Okinawa lebt einer Insel die nicht die Hauptinsel von Japan ist und er trifft dort einen jungen Mann namens Mio und verliebt sich in den Mio verliebt sich anfangs nicht in ihn später dann aber doch und zusammen ja verlieben sie sich ineinander über eine längere Zeit Spann also der Film geht über drei Jahre die er abhandelt und natürlich ist es nicht alles so einfach geradlinig wie man es kennt sondern da muss noch was da passieren und was da passiert müsst ihr dann im Film sehen ich will da nicht spoilern ja richtig genau also man hört es schon Boys Love ist natürlich ja Thema beider Filme aber zweimal auf ganz unterschiedliche Art und Weise also das sind wirklich zwei sehr gegensätzliche allein schon von ihrer Atmosphäre zwei sehr gegensätzliche Filme wir starten mit diesem hier und der ist schon sehr also für mich hat er irgendwie so eine Urlaubsatmosphäre ich fand die die Anime also die Animationen die sind sehr farbenfroh es hat so was so was Lockeres so was Leichtes oder ja absolut ich fand das war auch so ein bisschen also bei Animes gibt es ja nochmal so eigene Genres das war auch eher so Boys Love Schrägstrich Slice of Life so ein bisschen das hat man einfach gemerkt das hat sich also wenn ihr die Manga es von beiden übrigens kennt dann wisst ihr schon was passiert die Filme entwickeln da nichts Neues also zu beiden dieser Filme gibt es Mangas und Ein Fremder am Strand ja ist wie der Manga auch kurz knackig süß es gibt am Ende dann etwas expliziteres weswegen ja auch FSK 16 wird aber selbst das wird eher so ein bisschen romantisiert dargestellt und das fand ich echt das war mal was schönes was locker flockiges und nicht dieses bum 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 die Animation die haben auch richtig gestrahlt also es war fast immer sonnig und ja das ich hatte so ein kleines bisschen so ein Problem der Film ja der Film geht nun 59 Minuten oder irgendwas so knapp an die Stunde und will halt dafür schon einen ganzen großen Zeitraum erzählen und das wirkte für mich dann so manchmal so ein bisschen holprig beziehungsweise es hat sich für mich jetzt von meiner Wahrnehmung her nicht mal alles so richtig entwickeln können wie es jetzt vielleicht so eine Liebesgeschichte hätte sein müssen ja also da hätte die halbe Stunde mehr für eine Story schon geholfen da ist es wirklich also es ist wirklich der Manga verfilmt und diese Manga sind ja oft ich sag mal sehr straightforward also sehr direkt und das ist dieser Film leider auch der hätte sehr viel mehr Potenzial es gab ein zwei Szenen die ich super interessant fand wo ich dachte boah da kannst du jetzt richtig was draus machen wo sie da auch wo Mio in der Stadt ist und einfach fragt was ist Liebe zu gewissen Personen wo man richtig was draus machen könnte und das wird dann einfach abgehakt so hier da fertig hast meine Karte fand ich jetzt nicht so geil ich fand auch die Synchronisation die fand ich sehr gut ich finde die deutschen Synchronisationen von Animes werden immer besser also wirklich die ist super gut das einzige was mich gestört hatte ist dass der Name von Schuhen ungefähr in drei verschiedenen Varianten ausgesprochen wird und ich jedes Mal dachte dass sie jetzt einen anderen Typen meinen aber wo wir bei den Charakteren sind ich fand dass diese Charaktere also sie haben zwar auch so sag ich mal ihre in Anführungszeichen kiddlichen Momente aber ich fand sie waren halt durchaus eigen beziehungsweise sie hatten alle irgendwie ihre positiven und negativen Eigenschaften und waren jetzt nicht nur irgendwelche Abziehbildchen die da jetzt die klischeehafteste Love Story porträtieren die es gibt das stimmt und was ich auch sehr angenehm fand bei den Charakteren dass sie so ein paar echte Konflikte aus der Gesellschaft mit aufgegriffen haben also das Thema darf ich schwul sein oder was passiert wenn ich schon ja eine zukünftige Ehefrau theoretisch zugeteilt habe und dann aber merke dass ich schwul bin das streift der Film so ein bisschen leider verarbeitet er das Thema nicht so ganz konsequent aber er streift es zumindest mal jetzt sagt da gibt's was ja ist auch wahrscheinlich der Laufzeit geschuldet also wirklich und auch so ein glücklicher Film da passt das halt dann nicht das in der Tiefe noch zu bearbeiten dafür wie du gesagt ist halt zu fröhlich auch irgendwo ja und ich würde es fast bei diesem Film dabei belassen jeden der das wirklich interessiert der kann mal gucken wie gesagt es sind 200 Kinos in denen diese Film im Doppelfeature wahrscheinlich glaube ich ja mit dem anderen läuft ja denke ich und oder die gibt's auch schon vorbestellbar auf Amazon und Co also wen das interessiert der könnt ihr gerne mal vorbeischauen ich weiß gar nicht wollen wir hier dem schon eine Punktzahl geben oder wollen wir einfach am Ende so eine Gesamtpunktzahl geben oder wie denkst du ich würde dem schon getrennte Punktzahlen geben okay dann weil sie einfach so unterschiedlich sind ja dann überleg dir etwas und vergib es dann gebe ich Melonenstückchen für diesen Film if you know you know ich gebe ihm zweieinhalb Melonenstückchen ist ein solider Film der aber doch ein paar Schwächen auch hat aber es ist kurzweilig und man kann es sich mal angucken ich vergib drei von fünf Melonenstücken also mir hat es schon bis auf seine Laufzeit weil ich gedacht hat ach da hätte es sich noch bestimmt was entwickeln können und ich war ich habe ihn auch als erstes von diesen beiden Filmen gesehen war dann erst mal so also mich hat es ich wurde in diesem Film so ein bisschen mitgenommen das fand ich ganz schön ja gut Stilbruch genau richtig denn der zweite Film der in diesem Boys Love Special mit dabei ist ist schlägt komplett in eine andere Kerbe ist ein wesentlicher düsterer ist wie gesagt FSK 18 und es geht noch ein bisschen mehr zur Sache als in Ein Fremder am Strand willst du auch noch mal hier kurz zusammenfassen worum es denn in Twittering Birds Never Fly geht gerne also wir haben einen Yakuza Boss der heißt Yashiro der ist ziemlich masochistisch veranlagt und hat gerne viele wechselnde Partner und er bekommt nun einen neuen Leibwächter den Domeki und in den ich weiß nicht ob er sich in den verliebt aber er findet ihn auf jeden Fall interessant und möchte eigentlich was mit ihm anfangen das funktioniert aber nicht aus diversen Gründen was kann man zu diesem Film noch sagen in der Zusammenfassung es ist nicht mehr schon ein Ei das ist hier Jaui also das kann man vielleicht auch als schnell Zusammenfassung sagen Gegenteil von Ein Fremder am Strand denn nix ist hier mit mit Farbenfrohen und lockere Atmosphäre und Strand und Sonne oder was der größte Teil des Films spielt sowieso nachts oder zumindest in dunklen Räumlichkeiten und ist sehr düster egal ob es jetzt eben die Animationen sind oder ob es auch die Geschichten oder die Charaktere die Hintergrundgeschichten von den Charakteren sind hier ist wirklich alles sehr finster ja auf jeden Fall es soll halt dieses düstere Yakuza-Thema glaube ich so ein bisschen darstellen und was es halt auch hat es es spricht total viele tiefer gehende Themen an und arbeitet die leider so gar nicht aus und das ist ein richtiges Problem in diesem Genre da werden so Themen hin und her geschmissen wo man sich denkt okay das ist eine ganz eigene 20 Jahre lange Psychotherapie um da wieder drauf klar zu kommen und das wird halt so mal eben mit animiert und das kann ich gar nicht ab es gibt es gibt kaum eine Szene oder einen Charakter der nicht irgendwie dem nicht irgendwas wirklich krasses oder so widerfahren ist und das wird zwar zum Beispiel mittels Flashbacks oder so wird es auch eingebunden oder man geht auch mal in einem Dialog oder so drauf ein so richtig herausgestellt wird es auch der geht etwas länger der geht glaube ich 90 Minuten aber so ungefähr ja aber ausgearbeitet wird es nicht das stimme ich dir zu das ist ein richtiges Genre Problem also wenn ihr mit der Thematik sexuelle Gewalt ein Problem habt weil ihr entweder davon betroffen seid oder das euch einfach nicht angucken wollt ist der Film nichts für euch der geht damit sehr explizit um ohne kritisch damit umzugehen das ja also ich sag mal er verharmlost ja nichts würde ich sagen er zeigt das ja schon alles sehr also das schlägt auch schon es ist kein gemütlicher Film wie ich finde genau und er zeigt es aber auch dass gerade diese letzte Szene ja ja ich verstehe sowas brauche ich nicht animiert ja danke ja ja wir sind etwas sprachlos ja das ist halt echt so ein FSK 18 Yowie Film im Manga wird sowas ja auch also gerade in diesem Manga wird sowas scheinbar sehr explizit mit dargestellt ich hab da nochmal ein bisschen rumgefragt als ich gehört hatte dass es dazu Manga gibt das heißt wenn ihr den Manga gelesen habt und das toll fandet dann ist der Film wahrscheinlich auch was für euch als Außenstehende war das ein krasser Schnitt gerade von dem ersten Film zum zweiten definitiv oh ja da wird auch kein Blatt vor den Mund genommen das einzige was zensiert wird ist in typisch japanischer Weise die Genitalien sie existieren nicht was kann man sonst noch zu diesem Film sagen die Animation ist gut die Animation fand ich sehr gut sie war sehr flüssig es ist immer alles sehr sehr stil also jeder hat immer schicke Anzüge an also es wird quasi auch so ein Kontrast aufgemacht zwischen wirklich dieser Gewalt und ja und dann ist aber alles sehr schick es ist es wirkt die ganze Zeit als sitzt man irgendwie so in der Lobby von so einem Hotel und die Musik das Klavier klimpert im Hintergrund also es hat so alles so seinen Stil und dann als Kontrast eben diese krassen Handlungen die hier stattfinden ja was mich hier nicht so ganz überzeugt hatte war die Synchronisation an manchen Stellen das war so ein bisschen arg also gar nicht jetzt die expliziten Stellen die lasse ich mal außen vor da kann ich jeden Synchronsprecher verstehen wenn er sich denkt ich mach's mal Dienst nach Vorschrift aber selbst die Dialoge waren zum Teil nicht so ganz synchronisiert wie ich also wie man das dann in der Animation gesehen hat ich weiß nicht ob das vielleicht auch in der Originalsynchro schon so war aber da hab ich mir manchmal gedacht so das passt jetzt irgendwie nicht so die Stimmlage zu dem was ich sehe ja das war so ein bisschen out of context andererseits wie gesagt ich weiß nicht was die Synchronsprecher dadurch gemacht haben ja ok im Zweifel am besten selber mal ein Bild davon machen wenn man vielleicht den Manga gelesen hat oder sich auch ich glaub es gibt auch einen Trailer da draußen da kann man sich zumindest schon mal einen Eintritt von der Grundstimmung verschaffen schwierig zu erfassen und deswegen also würde ich sagen wir können auch da schon jetzt das Fazit beziehungsweise unsere Punkte vergeben ich weiß gar nicht ob ich das hier kann ich würde es dir überlassen klar ich vergebe Zigaretten ok die sind ein sehr prominentes Thema auch in dem Film ich bin so ein bisschen hin und her gerissen in der Bewertung einerseits aus der Sicht des Genres hat das so ziemlich alles erfüllt was man auch so in diesem Genre immer mal wieder antrifft mich selber hat das jetzt nicht so angesprochen dem Film würde ich es eher 1,5 bis 2 Zigaretten geben ok ja aber wenn ihr das Genre mögt dann ist das euer Film wie gesagt ja ansonsten das sind zwei sehr interessante Vertreter dieses Genres gerade mit dem Hintergedanken dieser KC Anime Nights dass sie auch mal verschiedene Animes zeigen wollten oder wollen was sie ja auch schon mit 7 Days 7 Days Warbit und Lupin der Dritte und so weiter bewiesen haben sie zeigen mal ganz andere Animes als man sie sonst so ich sag mal im Standardprogramm findet und jetzt mit einem Boys Love Special geht es auch noch mal in das Thema LGBT LGBT plus LGBTQIA plus danke danke und das finde ich ist ein mutiger Schritt dass man das auch wirklich noch mal in dieses offizielle Genre in das offizielle Programm mit aufnimmt und das nicht in ein Spezialprogramm nimmt was ja viele machen viele machen dann so ein extra Ding so hier habt ihr diese Spatenfilme ne hier ist das im Standardprogramm mit drin und das finde ich von Kase ein mutiger Schritt und ein guter Schritt ein guter Schritt genau gut dann danke Sarah dir für deine Einschätzung und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten expliziten Film den du auswirst und den ich dann mit reingezogen werde jeder muss mal mit rein danke auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss Hallo hier ist die Frosti vom Tele-Stammtisch ich bin heute hier mit Andreas Hallo Hallo Wir sind heute hier zusammengekommen um über einen mehr oder weniger kreativen Film zu sprechen der der Frage nachgeht und auch genauso heißt Why are we not creative? Dieser Film kommt am 23. September in die Kinos was wir ihn jetzt schon vorher mal uns anschauen durften läuft so 89 Minuten Regie und Drehbuch ist von Hermann Waske und jetzt reiche ich an Andreas weiter und hoffe dass er uns mal zusammenfasst was da eigentlich worum es da eigentlich geht genau es handelt sich um eine Dokumentation wie du schon sagtest von Hermann Waske oder Faske der hat über 30 Jahre lang verschiedenste Kreative getroffen und hat daraus Dokumentationen gebaut das ist jetzt die zweite die erste hieß Why are we creative? und die nächste ist jetzt diese zweite die wir uns angeguckt haben Why are we not creative? und auf seiner Reise um die Welt hat er verschiedenste Kreative aus dem ich sag mal ganz grob Popkultur Bereich gefragt wir können später mal ein bisschen Name Dropping machen Why are we not creative? Was hindert uns daran kreativ zu sein? und hat gerade versucht herauszuarbeiten was politische Themen mit uns machen dazu gehört Zensur Selbstzensur Bürokratie aber auch so ein bisschen die Angst was wir aus der Kindheit wegnehmen wie wichtig ist Geld für Kreativität wie wichtig sind Kompromisse und wie sehr lenkt uns die Welt eigentlich davon ab selber kreativ zu sein im Alltag er hat versucht da so einen Querschnitt zu bilden und ist hingegangen und hat verschiedene Protestgruppen also Pussy Riot sind glaube ich eine Gruppe die man schon mal gehört hat aber auch so Menschen wie David Bowie IYY Rezo kennt man aus dem Deutschen also er hat da verschiedenste Leute vor die Kamera bekommen selbst den Dalai Lama den Dalai Lama William Defoe was mich sehr gefreut hat Isabella Rossellini genau für mich war der Hauptantrieb den Film zu gucken David Bowie gewesen der für meinen Geschmack viel zu wenig drin hervorkam aber auch Udo Kier hat man ja auch kurz gesehen wo ich mir auch gedacht habe so äh warum ist der auf einmal da und mit all denen hat er versucht halt diese Frage zu erörtern was hält uns davon ab kreativ zu sein in der heutigen Zeit und auch was hält die Künstler im Speziellen davon ab kreativ zu sein ich fand die und da gehe ich jetzt direkt in die Bewertung wo du dich dann gleich gerne anschließen kannst ich fand die Idee sehr interessant fand er aber leider das Ergebnis nicht so gelungen als ersten Eindruck wie geht es dir denn damit ja also ich fand es auch eher enttäuschend im Grunde genommen wurde zum großen Teil des Films der Frage auch gar nicht wirklich nachgegangen weil es ging dann ganz lange darum dass Kunst halt nicht verwertet wird und dass man seine Kunst nicht verwerten kann das ist aber kein Hemmnis für Kreativität also es ist ja ein Unterschied ob ich eine Schreibblockade habe oder ob ich keinen Verlag finde und keinen Verlag zu finden ist ja das Nachgelagerte was nach der Kreativität kommt dass das dann manche Leute frustriert und die dann deswegen aufhören kreativ zu sein das mag ja auch sein aber das ist für mich halt nicht so dieses Hauptding gewesen da hat er sich für meinen Geschmack viel zu lange damit aufgehalten über so eine Gatekeeper zu reden und es ging halt viel zu viel darum oh wir wollen Kunst machen und kriegen die aber nicht ordentlich vermarktet und das fand ich echt schade das ist auch etwas was mir ein bisschen gefehlt hat mir hat sogar einen Schritt vorher ein wenig gefehlt für sich zu definieren für diesen Film was bedeutet überhaupt Kreativität wie stecken wir das ab um diese Frage überhaupt stellen zu können und er hat diesen Künstlern einfach die Frage gestellt und hat sie antworten lassen was manchmal gut zum Thema passte oft überhaupt nicht zu dem eigentlichen Thema der Dokumentation passte was für mich dann noch hinzukommt ist er hat unglaublich viele Namen ich kann die alle gar nicht ich habe versucht mitzuschreiben während ich geguckt habe habe dann aber gemerkt ich gucke mehr aufs Handy als in diesen Filmen weil da so viele Leute auch ein George R.A. Martin zum Beispiel zu Wort kommen und ich finde aber da verwässert es halt du sagtest gerade eben schon David Bowie war zu wenig zu sehen und diese Dokumentation verwässert weil du von jedem dieser dieser kreativen Köpfe zwei Sätze bekommst und da kriege ich halt kein zusammenhängendes großes Bild sondern ich kriege ganz viele kurze Einblicke in die aber nicht weiter eingetaucht wird was ich ein bisschen schade fand ja es bleibt dadurch halt äußerst oberflächlich an diesem Beispiel von Udo Kier am augenscheinlichsten der zitiert dann aus irgendeinem anderen Werk und sagt dann ja das wollte ich schon immer mal sagen und dann wird es weggeschnitten und er taucht nie wieder auf und ich frage mich so äh was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun also das auch gleich vorweg man darf sich halt nicht erhoffen da auch irgend sowas wie eine Art theoretische oder wissenschaftliche Durchdringung oder so ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen sondern es ist wirklich nur dieser Typ der durch die Gegend fährt und ja Name Dropping passt eigentlich ganz gut als Stichwort weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl er will halt einfach nur flexen guck mal wen ich hier alles kenne so weil wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde nicht so wirklich und dadurch dass es halt alles nur so eine Schnipsel sind bin ich dann sehr an so eine so ein Facebook Feed erinnert gewesen wo dann lauter schöne Bilder auftauchen auf denen dann irgendwelche Sinnsprüche stehen wo man so im ersten Moment denkt so wow okay kann man so sehen kann man aber auch nicht so sehen also so eine totale beliebig und belanglosigkeit hinzu kommt für mich dass es handwerklich leider auch nicht sonderlich gut war ähm aufgrund dieser dieses Roadtrips den er gemacht hat hat er mit sehr vielen unterschiedlichen Geräten gefilmt mal war es ein Handy mal war es eine professionelle Kamera mal war es irgendwas dazwischen so eine Kompaktkamera im Abspann sieht man auch wie viele Kameraleute dabei waren also Leute die wahrscheinlich mal die Kamera gehalten haben und er hat gesagt komm wir lächeln da mal rein und dadurch bekommt das Ganze eine sehr schwankende Qualität im Gesamten was mich ein bisschen geärgert hat zu allem Überfluss hat er dann selber noch den Offtext gesprochen was er nicht so gut konnte wie ich finde also mich hat das nicht so richtig abgeholt wir sollten glaube ich langsam zu einer Bewertung kommen für mich ist es gerade mal wenn wir eine Punktzahl von 5 als Höchstzahl angeben dann mit gutem Willen eine 1,5 das sollten sich glaube ich wirklich nur so die totalen Kunstfreaks anschauen die wirklich auf Name-Dropping stehen und die 1,5 ist schon großzügig weil halt ja Bonuspunkt für David Bowie und Michael Madsen dazwischendurch so ein bisschen coolnes Faktor reingebracht hat aber ansonsten und wie siehst du es? Ich gebe dem noch eine 2 von 5 weil ich es beeindruckend finde eine solche Dokumentationsreihe über 30 Jahre zu machen ich weiß aber dass du eigentlich recht hast Dankeschön das ist doch ein schönes Schlusswort Frosty hat recht von daher bedanke ich mich bei dir und würde sagen dann freuen wir uns wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört Tschüss Tschau Links findet ihr in den Show Notes Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Euer Andi und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal